Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material und Energierohrstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand, ich bin heute hier mal wieder mit dem Justin Scholz zur Aufnahme der Episode 28 mittlerweile am 9. Januar 2022. Justin, schön, dass du wieder da bist. Ja, du warst die letzten zwei Episoden auch schon mit dabei. Wer sich von euch lieben Hörenden jetzt wundert, wie, wo, was zwei Episoden, er war doch nur bei Lithium das letzte Mal mit dabei. Wir haben in der Zwischenzeit auf dem RC3 V2, dem Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs. Ich habe es hingekriegt, sonst verspreche ich mich. Der Remote Chaos Experience. Genau, ja, okay, hast du natürlich recht. Das Ganze findet natürlich wegen der bekannten Corona-Pandemie, Epidemie, was auch immer es gerade ist, immer noch online statt. Dementsprechend sind wir heute auch wieder online hier und hatten das letzte Mal eben auch online aufgenommen und davor das Mal auch. Die Aufnahme von dieser Live-Episode, die Aufnahme, habe ich noch nicht geschnitten und noch nicht veröffentlicht, aber die kommt dann einfach verspätet mit dazu. Also wenn ihr das hier hört, dann entweder ist sie schon draußen oder sie sind noch nicht draußen. Schaut es euch an und dann schauen wir hier mal, ob euch die gefällt. Ja, kurzer Disclaimer für alle, die mich noch nicht gehört haben. Ich bin in einem Energiespeicher-Startup involviert. Wir fokussieren uns um 100% erneuerbare Energien weltweit zum Selbstläufer, zum No-Brainer zu machen. Von daher, das sollte man als Hintergrund wissen, je nachdem auch, wie ich andere Dinge bewerte und einschätze. Es ist keine Batterietechnologie im klassischen Sinne, sondern ein Speicher, der nicht auf elektrochemischer Basis agiert. Ich glaube aber trotzdem, dass vor allen Dingen in der Elektromobilität wir um die Batterien nicht rumkommen und die auch ihren Zweck da ganz gut erfüllt. So als Hintergrundinfo ganz kurz und knapp. Danke dir. Ja, wollte ich gerade auch noch sagen, dass ihr eine Energiespeicher-Technologie entwickelt, die vermutlich nicht auf Lithium-Ionen-Zellen-Basis funktioniert. Und dementsprechend dann natürlich, dass jetzt jeder für sich selber bewerten kann. Aber du beschäftigst dich viel damit und hast dann einen sehr guten Einblick. Liest immer fleißig die Newsletter von Benchmark Mineral, die wir ja auch in der letzten Episode zu Lithium erwähnt hatten. Für alle, die die letzte Episode zu Lithium noch nicht gehört haben, hier die definitive Empfehlung, hört die euch als erstes an. Weil wir steigen jetzt mehr oder weniger in der Mitte ein und nehmen hier den zweiten Teil dazu auf. Wobei es wahrscheinlich auch egal ist, in welcher Reihenfolge es hört, aber macht schon Sinn. Es gibt noch ein paar andere Hausmeistereien, die ich hier ganz kurz anbringen möchte. Und zwar hatte ich ja in einer der vorherigen Episoden erwähnt, ich glaube, das war sogar die letzte Lithium-Episode, dass ein T-Shirt verlost wird, ein einziges T-Shirt. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis dieses T-Shirt produziert wurde. Das ist jetzt aber da und die Person, die das T-Shirt zugeschickt bekommt, kann sich auch schon freuen. Die wird das dann in den nächsten Tagen erhalten. Alle anderen, die T-Shirts wollen, schreibt mir einfach eine Mail oder meldet euch auf irgendwelchen Kanälen und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Dann aber leider halt nicht mehr umsonst. Ja, gut. Was hat sich denn getan, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben? So lange ist es ja eigentlich noch nicht her. Am 28. oder nee, am 29.12. hatten wir hier die Episode aufgezeichnet. Wir hatten da so ein bisschen über das vergangene Jahr gesprochen, über die Gaskrise oder die Energiekrise weltweit. Jetzt hat sich in den letzten Tagen etwas sehr, sehr Interessantes entwickelt. Und zwar gab es Unruhen in Kasachstan. Jetzt kann man natürlich sagen, Kasachstan bockt mich nicht, ist weit weg. So, was juckt mich das? Wer jetzt aber in Bitcoin investiert ist. Beziehungsweise, wo ist überhaupt Kasachstan? Ja, genau. Manche fragen. Ich würde jetzt mal ganz dreist sagen, irgendwo in Asien? Eurasien wird es dort in der Regel immer genannt, ja. Weil es ist so ein bisschen mehr und minder Mitte zwischen jetzt Fernostasien und Europa. Richtig, ja. Ja, und das ist interessant, dass es dort eben Unruhen gab aus zwei Hintergründen. Und zwar einmal, wer den Bitcoin-Kurs und diese ganzen Crypto-Coins sich angeschaut hat. Der hat jetzt gemerkt, da gab es irgendwie Entwicklung in den letzten Tagen. Und als eine der Ursachen wird hier vermutet, ja, dass das an Kasachstan liegt. Weil eben ganz viele von den Bitcoin-Minern oder den Crypto-Coin-Minern, die eben in China tätig waren. Und China hatte hier eben den Betrieb sehr stark sanktioniert, beziehungsweise eingeschränkt. Und dann sind viele von denen abgewandert nach Kasachstan. Die haben es verboten. Ja, okay, die haben es verboten, genau. Und zwar Hardcore verboten. Okay, ja. China hat gesagt, wenn du Miner bist, dann hast du ein Problem. Und dann hieß es ja, verziehen sie sich mal. Und dann sind extrem viele Miner. Und China hat ja einen riesigen Anteil der sogenannten Hashrate. Also wie viel dieser, wir sagen es mal höflich werfen mit Darts auf eine Wand und schauen, wo wir unseren Hash bekommen. Hashrate, die nur Strom verbrennt. Und die haben sehr viel Anteil gehabt weltweit. Und dann sind anscheinend viele nach Kasachstan abgewandert. Und das merkt man daran, weil nach den Aufständen in Kasachstan dann das Internet, und zwar das komplette Internet des ganzen Landes einfach abgeschaltet worden ist. Und auf einmal ist die Hashrate von Bitcoin um 15 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig kann man dann sehen, wenn man sich das anschaut, dass letztes Jahr ungefähr 9 Prozent, was ich so gesehen habe, des Energieverbrauchs durch Bitcoin-Mining entstanden ist, was auch die Energieknappheit befördert hat. Und dann sieht man auch noch, dass die, also was ich dann interessant fand, war das anscheinend Kasachstan, das müssen wir nochmal nachschauen, sogar gemeint hat, sie würden gerne Atommeiler bauen, um für Bitcoin-Miner ein gutes Land zu sein. Und dann kam noch dazu, dass die Lebensmittelpreise massiv angestiegen sind. Und wie man schon seit längerem weiß, kann man über steigende Lebensmittelpreise und Commodity-Preise, aber insbesondere Lebensmittel- und Energiepreise, kann man relativ gut sogar fast schon vorhersagen, wann politische Unruhen und Aufstände und Unruhen entstehen. Also das kann man sehr gut modellieren. Und das war dann auch nicht unerwartet bei Kasachstan an der Stelle. Ja, da hattest du mir auch etwas zugeschickt, und zwar ein Paper von 2011 oder 2014, glaube ich, war das, zum Thema Zusammenhang zwischen arabischem Frühling und diesen Effekten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe es selber nicht gelesen, aber wir packen es vielleicht mal in die Show Notes, wenn wir es wiederfinden. Und dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema, weil ich habe ja meine Masterarbeit über den Zusammenhang zwischen Rohstoffpreisen und Spekulationen geschrieben. Ich habe da eine Metaregressionsanalyse gemacht. Und in dem Kontext war ja auch das Thema dann Lebensmittel und Spekulation mit Lebensmitteln relevant. Und eben auch einer der Punkte, kann ich vielleicht auch mal eine Episode drüber machen, wäre eigentlich auch mal interessant. Ja, wo wir bei dem Thema Atommeiler in Kasachstan sind, es gab auch noch einen zweiten Effekt, der sich da durchgeschlagen hat. Und zwar, Kasachstan hat sich nicht einfach so überlegt, ja, lass mal ein Atomkraftwerk bauen. Nee, die haben da auch einen Grund dafür. Und zwar haben die halt einen sehr hohen Anteil an der Urangewinnung weltweit. Da wird sehr viel in Kasachstan eben abgebaut. Ich glaube, sogar aufbereitet. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht mal sicher. Das ist jetzt alles Hören, Sagen und Vermutung von mir. Aber jetzt haben einige Länder, die halt sehr stark auf Atomkraft setzen, Hust, Hust, Frankreich, Amerika, ja, so ein bisschen Sorgen, wo sie den Iran herkriegen. Bei Frankreich ist es jetzt... Also Zyniker würden sagen, in Frankreich haben die genügend Boots on the ground in Afrika, dass sie an Iran kommen, aber... Richtig, würde ich gerade sagen, Frankreich hat halt da den Vorteil, dass sie halt so ehemalige Kolonien haben und halt da auch nochmal andere... Also ich glaube, du machst dich ziemlich unbeliebt, wenn du sagst, dass sie ehemalige Kolonien haben, sondern... Ja, also sie haben das Land nicht mehr, sie haben nur Kontakte zu ehemaligen Kolonien, aber die haben ja die Kolonien nicht mehr, auch wenn sie ehemalig sind. Ja, okay, gut, hast dann natürlich recht. So Fisterei hier, ja. Nee, hast natürlich recht. Also die sind da doch nochmal anders, haben da andere Verbindungen und insgesamt hat auch Kasachstan gesagt, nö, gar keine Probleme, es wird keinerlei Engpässe geben, auch im Oil and Gas Bereich wird es keine Engpässe geben, aber da gibt es trotzdem jetzt natürlich halt... Also die Märkte reagieren halt darauf und ja, die ersten Fragen gibt es halt auch so, ja, ist das denn so sinnvoll, Atomkraft aufzubauen? So, ist natürlich jetzt auch vor mittlerweile neun Tagen passiert, dass die EU gesagt hat, hey, lass mal Atomkraft und Gas nachhaltig machen, da haben wir in der letzten Episode auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. In der letzten Episode auf dem Kongress war das Ganze aber noch nicht ganz so, dass die EU-Taxonomie hier eben gesagt hat, ja, mach mal Gas und Atom nachhaltig. Das ist jetzt heute der Fall und zwar hat Ursula von der Leyen am 31.12., ich glaube irgendwann nachmittags, hier die Bombe platzen lassen, dass die EU eben mit der EU-Taxonomie vorhat, Gas und, also Erdgas und Atomstrom als nachhaltig zu klassifizieren. Was mich selber sehr frustriert hat, weil ich in dem Bereich ja selber auch arbeite, aber das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. So, jetzt haben wir hier eine sehr drastische Entwicklung im Uran oder für Uran eine sehr drastische Entwicklung in diesem Markt, die ist aber nicht nur ganz von Kasachstan gemacht, sondern da gibt es auch noch einen anderen Effekt, über den ich über die letzten Tage drüber gestolpert bin und der komplett an meiner Wahrnehmung vorbei stattgefunden hat. Justin schmunzelt jetzt schon, weil in seiner digitalen Brandung wurde das natürlich wieder angespült, in meiner nicht. Ich habe es dann über andere Kanäle mitbekommen und zwar gibt es... Also bei mir auch nur komplett zufällig, weil ich einem random Dude, den Nassim Taleb einmal empfohlen hat, dann einfach mal auf gut Glück auf Twitter gefolgt bin und der dann Teil dieser Gang war. Also das ist wirklich eher so Glück an der Stelle. Und Gang ist der richtige Begriff, ihr könnt mal auf Twitter nach dem Hashtag Uranium Gang suchen. Ich hatte in den letzten Tagen dazu auch ein bisschen was geteilt und zwar gibt es eine Gruppierung, die sich selber als Uranium Gang bezeichnet, das ist eine Spekulantengruppe oder eine Gruppe von Spekulanten, die im sehr großen Stil, also für den Uranmarkt, wo ja jetzt nicht sehr große Mengen produziert werden, die hier im großen Stil Uran aufkaufen, das eigentlich für AKWs bestimmt wäre, um eben hier einen Cornering zu machen, also um die Preise für Uran nach oben zu treiben, weil so ein AKW braucht halt immer wieder mal Uran, ja. Und die kaufen hier im großen Stil auf und verkaufen das dann eben teurer und da ist, ja. Hintergrund, da ist halt, da hat, oder was man so sieht, was ich gesehen habe, auch von denen ist halt, dass bisher diese AKW-Betreiber und Co. sich halt sagen, ja, wenn ich halt Uran brauche, dann rufe ich halt an und dann kriege ich halt Uran. Da ist diese Bewusstsein nicht da, dass da irgendjemand mit Uran spekulieren könnte und der Preis fluktuieren könnte in einem Bereich, der ihnen nicht gefällt und weil aber der Gesamtmarkt so klein ist, kannst du natürlich, wenn du ein paar Leute zusammenziehst und daran das Zeug aufkaufst, kannst du halt dann die Preise nach oben treiben und diese Marktdynamik an der Stelle ausnutzen. Was ich aber noch spannend finde an der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt nicht weiß, wie sehr Uran ein reglementiertes Element ist, ob ich jetzt einfach mal, also theoretisch, wenn ich 100 Tonnen oder whatever irgendwie am Uranmarkt kaufe, dass ich die überhaupt beziehen müsste, dürfte, könnte oder ob ich sie nur virtuell von jemand anderem halten lassen kann. Also es scheint hier wirklich so zu sein, dass die das am Spotmarkt kaufen und sich dann physisch ausliefern lassen und eine Lagerhalle haben, wo sie das einlagern. Also das habe ich nicht drauf geeinigt auf der Welt, dass es nicht so ideal ist, wenn ich irgendwie Uran ganz random in irgendwelchen random Lagerhallen irgendwie so chillen lassen. Man kann auf Amazon in Amerika Yellow Cake kaufen. In mikroskopischen Mengen, ja. Und auch nicht mehr, glaube ich, aber eine Zeit lang gab es das. Also ich muss mal nachgucken, aber ich hatte das mal überlegt, ob ich, also Verwandte von mir leben in Amerika und ich hatte überlegt, ob ich denen ein wenig Yellow Cake schicke. Und ich dachte mir dann so, das kommt ein bisschen komisch, wenn ich mit einem deutschen Konto in Amerika an irgendeine Adresse Yellow Cake schicken lasse. Ich habe jetzt nicht so Lust drauf, dass mir dann irgendwie hier das BKA im Hof steht, ja. Ja, also das scheint in Amerika da nochmal ein bisschen laxer gehandhabt oder halt anders gehandhabt zu werden. Soweit ich weiß, gibt es da wenig Probleme, sich das zu kaufen, wenn ich jetzt eine große Investorengruppe bin und wenn ich da halt Sicherheitsvorkehrungen einhalte. Warum nicht, ja. Also sehe ich jetzt das Problem nicht, solange ich mich an die Regeln... Proliferation Risk und so, weißt du. Ja, aber das ist ja, da muss man das halt anmelden, dann brauchst du halt irgendein bewachtes Lagerhaus. Also ich meine, die AKWs haben ja, die machen ja auch nichts anderes, wenn ich eine Gruppe von Spekulanten bin, dann haben die ja Geld, daran soll es nicht scheitern, ja. Also anyhow, also was hier halt dem Ganzen, also wo ich mich halt frage, warum macht das Sinn bei Uran, weil Uran ist halt sehr, sehr viel da. Hatten wir ja in der Episode zu Uran oder zu Atomkraft auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, dass es eben eigentlich, ja, genügend davon da ist. Ähm, und das wundert mich dann doch ein bisschen, warum man damit spekuliert, aber wie du das schon gesagt hast, dadurch, dass es eben hier eher unüblich ist, Terminmarktkontrakte oder langfristige Verträge abzuschließen, sondern das einfach einzukaufen, wenn ich es brauche. Insbesondere, weil ich meinen AKW ja jetzt nicht einmal die Woche neu bestücke, sondern das eher so, ähm, alle paar Monate bis Jahre mal passiert, je nachdem, was für ein Reaktor das ist. Ähm, ja, haben die hier halt diesen Druck, nicht, sich darum zu kümmern und den haben sie jetzt so langsam und da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Und man muss dazu sehen, äh, dass so eine Uranmine natürlich doch etwas problematischer ist, weil das halt einfach sehr starke Umweltauswirkungen hat. Und man hier doch, ähm, ja, sehr genau drauf schauen muss, ähm, ja, wie man das abbaut und wo man das abbaut. Viele Länder wollen diesen Abbau auch nicht. Und, ähm, deswegen ist da das Angebot, äh, ja, begrenzt, sag ich mal, ja. Und, äh, wenn die jetzt die Preise nach oben treiben, dann können die das mal eine ganz gute Zeit machen, bis sie das wieder abverkauft haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gut, aber eigentlich wollten wir heute nicht über Uran sprechen, sondern über was anderes. Ähm, dachte euch aber, das interessiert euch, deswegen nehmen wir das mal mit, ist eine aktuelle Entwicklung. Und zwar, wir wollen heute über Lithium sprechen. Und da hat sich in den letzten Wochen seit der ersten Lithium-Episode auch einiges getan. Ähm, hab auch so mal ein paar News mitgebracht. Also, wer sich da informieren möchte, äh, Benchmark Minerals ist hier wirklich, äh, eine sehr gute Quelle. Die haben auch so ein Newsletter, über den man dann immer wieder so ein Newsticker bekommt. Ähm, unter anderem, ähm, gab es jetzt zum Beispiel die Meldung, dass Rio Tinto Interesse an einem, ähm, Projekt in Salta in Argentinien hat, zur, ähm, Lithium-Sole, zum Lithium-Sole-Abbau. Und zwar haben die, äh, dieses Projekt, das, äh, Rincon Lithium-Sole-Projekt oder Rincon Lithium-Sole-Projekt in Argentinien für 825 Millionen US-Dollar gekauft. Und, äh, möchten damit dann eben, ähm, ja, hier den Abbau ausbauen und, äh, vorantreiben. Jetzt muss man dazu sehen, ähm, wer mal in Argentinien war, diese Region dort ist sehr schön, also in Salta. Und, ähm, so ein bisschen schade, dass die das dort abbauen. Bin mal sehr gespannt, ob die das alles mit dem, ähm, Umweltschutz da ernst nehmen oder nicht. In, in Argentinien ist das ja manchmal so ein Problem. Dazu kommt, dass, äh, oder in Chile. Oder in Chile auch, genau. Dass du es gesehen hast mit den, äh, Kleidermüllbergen in Atacama. Äh, nee, hatte ich nicht mitbekommen, aber ist irgendwie so ein bisschen doof, ähm, Abfall in Atacama abzuladen, weil es da halt nicht verwittert, weil es halt nie regnet. Aber, mh, okay. Da gab's, ich, ich, ich verlinke's, äh, gibt's, äh, ein Bild, wie man sieht, äh, auf dem man sieht, wie viel, wie sogar Kleidung, die noch das Preisschild drauf hat, dort jetzt rumflackt. Hm, okay. Habe ich nicht mitbekommen, aber, äh, gerne einen Link geben, dann teilen wir das natürlich auch gerne. Ähm, ja, nicht nur in, in, äh, in Südamerika ist Rio Tinto unterwegs, sondern die versuchen sich auch, ähm, ähm, in anderen Bereichen, ja, auszubauen, äh, unter anderem in Serbien. Und zwar hier gibt's das sogenannte, äh, Jadar Lithium-Projekt. Und, ähm, ähm, Rio Tinto will hier eben auch, ja, Lithium abbauen. Aber hier gibt's relativ weite und große Proteste, äh, laut der Regierung natürlich nicht gegen dieses Projekt, sondern gegen irgendwas anderes. Aber die, ähm, Leute, die dort eben protestieren, sagen, dass sie wirklich eben wegen diesem Projekt und wegen, äh, dem Engagement von Rio Tinto auf die Straße gehen. Hintergrund ist dort, dass, ähm, einige der Gesetze verändert wurden, um eben den Abbau möglich zu machen, um die Enteignung von Land möglich zu machen oder vereinfacht möglich zu machen, um eben hier den Abbau voranzutreiben. Und das passt der Bevölkerung dort nicht ganz so gut, ähm, was auch verständlich ist, ähm, weswegen die dort auf die Straße gegangen sind. Und dann müssen wir mal schauen, wie das alles weitergeht. Ähm, ja, insgesamt sehen wir hier, äh, in einigen Bereichen, dass das Angebot ausgebaut werden soll. Ähm, kommen wir auch später nochmal drauf zurück, ähm, was das für Auswirkungen hat. Ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, so die letzten Analysen von der IEA, also der Internationalen Energieagentur, waren so um den Dreh rum für 40-Fachung in den nächsten Jahren, ähm, um eben, ähm, das 1,5%. Also die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ähm, müsste man ungefähr 40 Mal so viel Lithium abbauen wie aktuell. Da sind wir noch weit davon entfernt, aber es tut sich auf jeden Fall viel in dem Markt. Jetzt ist es aber nicht so, dass man nur Lithium braucht, das hat man das letzte Mal ja auch schon mal so ein bisschen besprochen, sondern, äh, es gibt auch nochmal andere, ähm, Bereiche, in denen abgebaut werden soll oder abgebaut wird. Unter anderem für die Herstellung von Grafitanoden oder aber für Nickel. Und hier gibt es eben auch einige Projekte, die vorangetrieben werden, ähm, zum Beispiel hat Tesla mit dem Bergbauunternehmen Sira Resources den Kauf von, äh, 10.000 Tonnen Grafitanoden pro Jahr, äh, vereinbart. Und hier eben, ähm, ja, das, äh, hier Verträge unterschrieben, um sich das zu sichern. Das ist alles in, äh, Amerika, was dort passiert. Und wir sehen auch ein, äh, erhöhtes Interesse von, äh, westlichen Automobilherstellern, ähm, für den Kauf von, äh, Grafit in China, aber auch außerhalb von China. Ja, aktuell dominiert hier, äh, China weiterhin den Markt mit eben natürlichem synthetischem Grafit, was, äh, natürlich, äh, für Besorgen ist, äh, ja, sorgt. Also, äh, hier ist man sehr stark von China abhängig und merkt so, hm, vielleicht doch nicht so clever, ne? Sind jetzt gerade verschiedene Projekte in der Pipeline, um eben das ein bisschen besser aufzuteilen. Ja, was sehen wir noch? Äh, wir haben ansonsten, äh, mit, äh, CATL, äh, also Kattl, äh, einem der weltweit größten Hersteller von, äh, Batterien oder, äh, ja, von Anlagen, die in dem Bereich tätig sind, die haben angefangen, eine Natrium-Ionen-Batterieproduktion in Xiamen aufzubauen. Das Ganze, ähm, hat ein Investitionsvolumen von ungefähr einer Milliarde US-Dollar und, ähm, ja, damit wollen sie eben die industrielle Produktion von Natrium-Ionen-Zellen oder Batterien, ähm, vorantreiben und, äh, hier eben dann den Betrieb in 2023, wenn alles gut läuft, aufnehmen. Wir haben ansonsten noch, äh, verschiedene andere, ja, ja, Projekte, teilweise dann auch Werksabschaltungen wegen der volatilen Preislage und, ähm, der Markt bleibt hier eben weiterhin sehr, ähm, ja, sehr interessant, weil hier eben sich sehr viel tut. Wir sehen auch im Bereich der, ähm, Lithium, ähm, also der LFP-Technologie, das ist die, äh, Lithium-Eisen-Phosphor, ähm, Akkutechnologie, da tut sich auch einiges für die von euch, die damit nichts anfangen können. LFPs sind, äh, relativ günstige Lithium, ähm, Akkus, die eingesetzt werden können, eben in, äh, Elektro-Vehicles, also in, äh, Elektroautos, die jetzt nicht so eine große Reichweite haben sollen. Aber dafür sind die natürlich günstiger, ist vor allen Dingen in China, ähm, bisher stark im Einsatz gewesen, um eben den Anteil an Elektroautos zu erhöhen, insbesondere im Stadtverkehr braucht man ja nicht so viel Reichweite. Und, äh, so langsam kommt das jetzt dann auch in die westlichen Automobilhersteller, oder? Erstens das und im stationären Energiespeichermarkt ist es, äh, eine, eine eigene Kraft für sich, weil da braucht man auch nicht unbedingt die Mega-Effizienz oder Energiedichte, aber man braucht eine günstige Lösung. Auf jeden Fall, ja. Und hier sehen wir dann, äh, zum Beispiel auch chinesische Batteriehersteller, also Goshen Hightech, ähm, die haben zum Beispiel angegeben, dass sie ab 2023, ähm, äh, ja, 200 Gigawattstunden an Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, also an Kapazität davon, an einen größeren börsennotierten US-Automobilhersteller liefern möchten. Ist nicht ganz bekannt, wer das ist, aber so viele gibt's ja ja nicht. Und, ähm, ja, das bleibt hier weiterhin sehr interessant, was sich hier tut und wer sich wo absichert. Ich hatte ja da mal in der letzten Episode, glaube ich, auch gesagt, dass die deutschen Automobilhersteller so den Trend ein bisschen verpennt haben, aus meiner Sicht. Äh, werden wir mal sehen, ob die das jetzt aufholen und nachholen und sich da nochmal absichern oder ob die da einfach... Also, die Deutschen haben den Trend weniger verpennt als die Amerikaner und Toyota. Ähm, okay. Also, der Tesla ist da vorne dran, aber, ich meine, was war es? Chrysler? Ja. Die sind, glaube ich, total hinten dran. Ford ist so im Mittelfeld. Äh, GM ist so, ähm, naja, die versuchen jetzt mit Ford nachzukommen. Ähm, und, äh, Stellantis, weiß ja, diese Mischung aus Fiat und Peugeot und alles, was Bad Reineich auf dem Bäumen liegt. War in Europa, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, auch die shiften jetzt schon, aber, ich meine, es wird spannend. Ich meine, die müssen sich alle kümmern, wo kriegen sie ihr Lithium, ihr Nickel, ihr Kobalt, beziehungsweise ihr Eisenphosphat und Co. her für die Chemien. Und vor allen Dingen das Graphit. Ja, Graphit. Also, was viele noch nicht sehen, wo wir echt gut sind in Europa, ist die geplante Ausbaukapazität an Lithium-Zellfertigung. Ähm, da sind wir echt, da wird was aufgebaut in Europa, das ist schon heftig an den ganzen Gigafactories oder wie man sie jetzt nennen will. Was halt noch nicht da ist, ist dieses Midstream. Also, wenn ich irgendwie Upstream habe, was die Mine ist und Downstream habe, was die Zellfertigung ist, muss ich dazwischen auch aus dem Zeug, da können wir jetzt auch gleich drauf reingehen, ähm, netter Segway. Ähm, wie bereite ich denn das, was ich aus der Mine raushol auf oder aus der Sohle oder Co.? Ja, auf jeden Fall. Ja, da gibt es einige Prozessschritte, die halt dann, ähm, wie ich das ja vorhin auch schon gesagt habe, teilweise komplett in chinesischer Hand sind, was dann natürlich auch wieder ein politisches Risiko mitbringt. Wir haben es ja gesehen, dass, äh, China sich nicht davor scheut, auch, ähm, ja, Ausfußrestriktionen, ähm, einzusetzen und politische Ziele durchzusetzen und das haben wir ja auch genauso in anderen Ländern, ähm, die das auch gerne mal einsetzen, ja. Ein kleiner Hinweis an der Stelle noch, ähm, wir hatten das letzte Mal gesagt, dass es genügend Reserven und Ressourcen gibt, wir hatten auch so eine kleine Milchmädchenrechnung gemacht, ähm, also genügend Reserven und Ressourcen, um eben den Wandel unseres Energiesystems hin zu, ähm, einem vollständig erneuerbaren Energiesystem, äh, dass das möglich ist und kein Problem ist oder auch auf Elektromobilität zu setzen möglich und kein Problem ist. Das muss man natürlich auch wieder ein bisschen, ja, mit einer Einschränkung sehen, Reserven und Ressourcen müssen aus dem Boden geholt werden, die müssen verarbeitet werden, da sind noch ganz viele Prozessschritte dabei, nur weil man das im Boden hat, heißt das ja noch nicht, dass man es als Akku einsetzen kann, ja. Und, ähm, dementsprechend, ja, es ist richtig, dass wir Reserven und Ressourcen einsetzen, äh, oder dass die ausreichen, aber ich hab's ja vorhin auch schon gesagt, wir müssten halt den Abbau für 40-fachen oder selbst wenn's nur für 20-fachen ist, das sind, ist ja trotzdem, äh, schon genug, ja. Und, ähm, bei diesem Abbau hat man natürlich auch Umweltauswirkungen, die sind vielleicht, was jetzt das Wasser angeht oder verschiedene andere Aspekte angeht, nicht ganz so dramatisch, wie das manchmal in der Presse dargestellt wird. Nichtsdestotrotz hat man aber halt einfach Emissionen, insbesondere wenn man jetzt die, ähm, äh, die, äh, Lagerstätten mit hohem Lithium-Anteil und einem niedrigen Anteil an, ähm, keine Ahnung, Magnesium zum Beispiel oder anderen Elementen, die hier Probleme machen, hat, äh, umso, umso unwürdiger, also umso, äh, geringer der Anteil an dem Lithium ist, das ich haben möchte, umso mehr Energie muss ich auch aufwenden, um's rauszulösen oder andere Prozesse dann teilweise auch einsetzen. Und dann in dem Salta-Projekt muss man eben einen anderen Prozess einsetzen, weil das hier, äh, sehr stark mit eben Magnesium, äh, verunreinigt ist. Und, äh, das hat alles eben auch Emissionen und eben Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und, äh, das muss man schon auch im Blick behalten, äh, nur weil wir es können, ist es nicht immer sinnvoll, Rohstoffe auch abzubauen oder zu nutzen. Das ist immer ein bisschen die Frage, was ist denn die Alternative? Ich sehe halt hier beim Lithium-Abbau und bei den, äh, Akkutechnologien das als teilweise alternativlos an, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Für stationäre Anwendungen, Justin, weiß ich, da gibt's auch andere Lösungen, äh, aber zumindest für Elektro-Vehicles wüsste ich jetzt nicht, was man machen will. Ich meine, klar, gibt's wieder die Leute, die sagen... Bleibt mir fern mit eurem Wasserstoff. Genau, aber ich wollte gerade sagen, da gibt's wieder die Leute, die sagen, äh, wir nehmen Wasserstoff, wo ich mir so denke, so, ja... Oder, oder noch, oder noch schlimmer, E-Fuels. Ja, genau, das ist halt dann, ähm, äh, wer das halt behauptet, der hat halt einfach... Braucht 40 mal mehr Strom als in der Kombination mit, äh, einer Elektro-Batterie in einem Auto, so. Äh, äh, und du hast halt bei den Wasserstoffzellen halt trotzdem eine Elektro-Batterie, äh, trotzdem eine Batterie drin, weil die ja, äh, möglichst gleichmäßig laufen sollen. Die ist nicht so groß. Ja, trotzdem kommst du nicht außenrum. Also, das muss man halt einfach aussehen. Ja, aber es ist, es ist ein Unterschied, ob du, äh, 20 mal mehr oder zweimal mehr Lithium brauchst, jetzt bloß gesagt. Aber bei E-Fuels zum Beispiel, da hast du ja quasi einfach, wir fahren weiter Verbrenner und, äh, aber das ist halt energietechnisch. Wir werden zwar extrem viel Strom haben, aber wir werden auch extrem viel Strom brauchen und dann irgendwie uns da nochmal was, also, wir haben noch eine Grafik eingebettet, vielleicht sogar als Chapter-Art, je nachdem, ähm, wo man nochmal sieht, den Globalverbrauch auf der Y-Achse oder die Nachfrage nach, ähm, oder die Lithium-Mengen. Und auf der, ähm, horizontalen Achse sieht man die Jahreszahlen und dann aufgedröselt nach, wie viel ist schon in Förderung oder ist aktuell als Supply, als, als, als Angebot vorhanden. Und dann in unterschiedlichen Kategorien, wie wahrscheinlich sie dann an, wirklich online kommen. Und dann auch eine Nachfragekurve, die fast schon konservativ ist, je nachdem, wie schnell diese, ähm, Adoption-Curve, äh, denn jetzt tatsächlich ablaufen wird. Und was man da sieht ist, dass, äh, das muss, als Hintergrund ist da halt immer wichtig zu wissen, diese Lithium-Förderstätten brauchen halt ihre sieben, äh, sieben Jahre oder so, bis sie online sind. Fünf bis sieben. Das ist schon ein Vergleich, also schnelles, ja. Genau. Und, ähm, wenn jetzt nicht vor sieben Jahren angefangen worden ist, zu planen für eine steigende, steigende Nachfrage, dann, der Markt kann da einfach nicht reagieren. Und das heißt, dann werden die Preise steigen, beziehungsweise langfristige Kontrakte und dann werden wir sehen, wie gut, äh, Lithium dann überhaupt verfügbar ist auf dem Weltmarkt. Ja. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ich hab ja immer noch so die Hoffnung, ähm, dass, dass Lithium das aus Deutschland kommt. Also hier aus unseren, äh, Geothermal Wells, also aus den, äh, Geothermiequellen, dass wir damit dann doch nochmal was, ähm, bewirken können. Aber das natürlich auch, ähm, eher, ähm, ja, ich sag mal Wunschdenken und das ist halt immer gefährlich. Das ist genauso wie bei der Klimakatastrophe insgesamt, wenn wir halt irgendwo auf Technologien wetten, die heute halt noch nicht funktionieren, die, äh, nur nicht im großen Maßstab ausgebaut sind, also so, äh, CCS und sowas, ja. Das ist ja wunderbar, wenn wir das einberechnen in unsere, äh, Analysen und unsere Annahmen. Aber wenn wir uns halt drauf verlassen und dann klappt das nicht, dann haben wir halt ein Problem und genau das Problem haben wir ja jetzt gerade, ja. Deswegen, mal sehen, ähm, das sieht jetzt hier natürlich pessimistisch aus, aber, äh, ja, nee, kein Aber. Vielleicht haben wir, vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie durch. Ich hoffe es zumindest, ja. Also was man, was man in der Grafik, finde ich, zumindest sieht ist, äh, wenn jetzt konsequent in den nächsten sieben Jahren der Bedarf, sieben, acht, zehn Jahre später ansatzweise richtig vorhergesagt wird, dann hätten wir eine Chance, dass dieser Gap nicht so groß wird, wenn denn auch die Dinger gebaut werden können, was ja die nächste Frage ist. Ja, und da ist natürlich immer das Problem auch, ähm, hin und her macht Taschen leer, also wenn wir sehr volatile Preise haben, dann sind die Bergbaukonzerne oder auch die, die Projektinvestoren eher nicht bereit, äh, dieses Risiko aufzunehmen, weil sie natürlich nicht wissen, ob sie dann, ähm, ja, positiven Return haben. Ähm, das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen in Bereichen, wo die Preise sehr stark fluktuiert haben von Rohstoffen, dass dort, äh, die Aufnahme von neuen Projekten immer wieder auch unterbrochen wurde, immer wieder auch ausgebremst wurde und das einfach als risikoreich angesehen wird. Wenn sich dabei die Preise stabil erhöht haben, immer wieder um ähnlichen Faktoren und auch stabil geblieben sind, mehr oder weniger, äh, dann waren hier Investoren eher bereit, äh, Projekte anzustoßen, weil sie eben Planungssicherheit haben und dadurch stabilisiert sich der Markt auch insgesamt natürlich wieder, ja. Ist natürlich beim Erdöl so ein, so ein Paradebeispiel, äh, umso volatiler das dort hoch und runter geht, umso eher, ähm, drängt man dann auch Projekte raus aus dem Markt, äh, wobei man da halt wieder das Problem hat, dass, äh, Fracking zum Beispiel eine relativ einfache Technologie ist, verglichen jetzt, äh, mit einem, äh, Offshore-Drilling und, äh, Fracking dann auch sehr schnell ein- und ausgeschaltet werden kann, ähm, weil das einfach nur Equipment ist, dass das rumliegt, die Leute sind eh da und damit kann man dann einfach solche, ähm, ja, solche Schwankungen auch ausgleichen, was natürlich schade ist, wenn man, äh, gerne sehen würde, dass Oil & Gas auf dem absteigenden Ast sind, was jetzt natürlich für die Leute, die, äh, auf, äh, Petrotec, äh, Produkte oder Edukte angewiesen sind, äh, schön ist, weil das natürlich da die Volatilität ein wenig glättet. Gut, aber kommen wir direkt, würde ich mal sagen, äh, steigen wir jetzt ein, äh, nach einer halben Stunde, ja, ähm, wie wir denn weitermachen wollen bezüglich Lithium und zwar haben wir das letzte Mal, vor allem die Lagerstätten und, ähm, ähm, weltweite Themen uns angeschaut, heute wollen wir mal ein bisschen mehr reinschauen, was steckt denn dahinter, so Gewinnung und Aufbereitung, wie funktioniert das denn, äh, was passiert da denn? Und, äh, bei Gewinnung und Aufbereitung muss man aus meiner Sicht drei Hauptquellen der Lithiumversorgung erstmal, ähm, abstecken, äh, die sind alle drei doch unterschiedlich voneinander, haben zwar teilweise, äh, Überlappung, aber sind doch unterschiedlich. Und zwar die allererste Quelle ist die, die wahrscheinlich am unerwartetsten ist, zumindestens für mich, und zwar, äh, Lithium beziehungsweise Lithiumchlorid, das aus dem, äh, Grundwasser gewonnen wird, oder aber, äh, über Geothermiebohrung, das hat man das letzte Mal ja kurz angesprochen, dass das in Deutschland eine Option wäre, und, äh, hier scheidet man das eben aus dem Wasser ab, also entweder bei der Geothermiebohrung aus dem, äh, Wasser oder aus dem, äh, Mittel, das man dort einsetzt, oder eben einfach aus dem Grundwasser, wenn man das Grundwasser fördert, scheidet das ab und, äh, kann das dann weiter benutzen, oder aber auch aus Ölquellen, weil das war mir vorher nicht bewusst, dass, ähm, in Öl auch Lithium, ähm, wohl gelöst vorkommen kann, beziehungsweise in den Ölquellen dann in dem, äh, Restwasser, was darin auch nochmal enthalten ist, äh, drin vorkommen kann, und dann kann man das auch abscheiden und nutzen, ähm, sind eben alles drei, ähm, Bereiche, wo man einfach eine, eine Bohrung durchführt in den Boden und dann dort unter anderem Lithium als, äh, Nebenprodukt gewinnt. Äh, Nummer zwei ist das, was, äh, die meisten von euch wahrscheinlich im Kopf haben, wenn sie an Lithium denken, das sind einfach Salzseen oder Salare, das ist das, was man eben, äh, auch in Südamerika vor allen Dingen sieht, dass man hier, äh, aus dem Salzsee die Lauge, die Gesättigte entnimmt, da dann das Lithium rausgewinnt und die dann zum Beispiel wieder zurückpumpt oder mit der andere lustige Sachen macht, ähm, und das dritte ist der Abbau von Erzen, also Spudumen, das sind Pegmatitte, äh, die im klassischen Bergbauprozess abgebaut werden und dann eben anders weiterverwendet werden können. Lange Zeit war hier der Spudumenabbau der relevanteste, klar, Bergbau kennen wir aus verschiedenen anderen Bereichen, da wissen wir, wie wir mit umgehen, ähm, müssen, da haben wir die Anlagen dafür. Die Förderung aus Salzseen ist vergleichsweise neu, ähm, weil man da lange Zeit das einfach auch, ja, weil diese Salzseen, diese Salare meistens auch relativ weit von größeren Bevölkerungszentren entfernt sind, da ist der Infrastrukturaufbau ein bisschen schwieriger, deswegen hat er das immer nicht so eine große Relevanz und da hat man dann auch das Problem, dass die halt, ähm, viel Wasser verbrauchen, teilweise auch Energie verbrauchen und, ähm, das einfach auch ein langsamer Prozess ist, wenn man das zum Beispiel mit der, äh, Sonnenenergie macht, indem man einfach große Becken macht, in denen das Ganze dann verdunstet. Und da ist es einfacher, einfach Bergbau zu betreiben. Ähm, kurzer, kurzer Hint noch von mir, ähm, im Englischen wird es mal gerne Spudumin genannt, also nicht verwundern, ähm, wenn das manchmal anders ausgesprochen wird. Ja, ich nenne es immer Spudumin. Weiß gar nicht, ob das die offizielle deutsche Bezeichnung dafür ist, ich hoffe es einfach mal. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine deutsche offizielle gibt an der Stelle, aber, ähm. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, ich habe ja immer wieder so Probleme mit so Aussprache von irgendwelchen Ärzten oder Ländern. Alles gut, alles gut. Ähm, ja, äh, Spudumin oder Spudumin ist im Grunde eine Form von Granit, also ein relativ festes Gestein, das dann eben da, ähm, abgebaut wird. Und ist auch teilweise heute noch relevant und wird auch wieder relevant. Also es gibt so Projekte in Portugal, wo das abgebaut werden soll. Da gibt es übrigens eine sehr gute Arte-Doku dazu, die verlinken wir hier auch mal. Ähm, wo es dann auch um die sozialen, äh, Probleme geht, weil die Bevölkerung dort vor Ort natürlich nicht so große Lust auf, äh, riesengroßen Übertagebau, äh, hat in ihrer Region, die doch dann relativ schön ist. So, aber schauen wir uns mal an, wie geht man hier denn vor? Also bei dem, äh, Abbau von diesem Erz würde man das Material einfach erstmal zerkleinern, wie bei jedem anderen Erz auch. Würde dann durch, äh, Flotation und Gravitationsverfahren, ähm, Li-haltige Mineralien dort raus, äh, lösen oder nicht rauslösen, aber separieren. Ähm, das, was man dadurch dann gewonnen hat, würde man, äh, kalzinieren, ähm, also das Konzentrat, das man daraus gewinnt. Und hier dann durch eine Laugung Lithiumverbindungen rauslösen können und, ähm, das ist dann im Grunde, äh, normales Lithiumcarbonat, was dann einfach gehandelt werden kann. Ähm, Lithiumcarbonat ist eines der großen, ähm, ja, eine der großen, ähm, Handelsgüter, ja, das man dann eben, ähm, international austauschen kann. Das andere ist, äh, Lithiumhydroxid. Ist das Hydroxid? Ja, ich glaube, das ist Lithiumhydroxid, ähm, das man dann auch einsetzen kann, ähm, aber insbesondere, äh, Lithiumcarbonat hat hier eben auch eine große Wichtigkeit. Der zweite Prozess, den wir angesprochen hatten, war die Gewinnung aus Salzseen oder aus Salzsohlen. Im Grunde, wenn man aus dem Grundwasser das rauslöst oder aus dem, äh, Geothermalwell, dann hat man auch so eine gewisse Form von Salzsohle. Hier geht's jetzt aber vor allen Dingen um das Thema Salzseen. Und hier gibt's verschiedene Prozesse, je nachdem, was für eine Salzsohle das auch ist. Ich hab's ja vorhin gesagt, das kann ja auch mit anderen Elementen oder anderen, äh, Stoffen, äh, vermischt sein. Je nachdem muss man hier einen, äh, unterschiedlichen Prozess einsetzen. Es gibt einen Prozess, der nennt sich DLR, also Direct Lithium Recovery. Ähm, das ist ein vergleichsweise neuer Prozess, in dem man versucht, aus der Sohle selber direkt das Lithium abzuscheiden und rauszugewinnen. Äh, da gibt's auch den Electrochemical Lithium Recovery, ELR, äh, ebenso vergleichsweise neu, ähm, wo man dann über elektrochemische Verfahren versucht, das rauszulösen. Und also die, ja, älteste, die klassische Methode ist hier die Verdunstungsmethode, äh, Lime-Soda-Methode. Äh, hier wird auch das meiste immer noch mit abgebaut, ja. Also man nimmt einfach die Sohle, breitet die in großem Becken aus und, äh, lässt dann einfach die Höhensonne oder die Sonne hier ihre Arbeit tun, ähm, indem man einfach das Wasser dort raus verdunsten lässt. Und, ähm, der nette Nebeneffekt ist, dafür muss man nicht viel machen, außer ein Becken ausheben und ansonsten macht die Sonne das, da hat man keinerlei Stromkosten oder sowas. Aber man hat natürlich halt, äh, einen krassen Eingriff in das, äh, Ökosystem dort, weil man einfach über einer großen Fläche, äh, diese Sohle ausbreitet, damit dann Verdunstung hat und dadurch dann eben auch wieder der Wasserspiegel in diesen Sohlebecken sinkt. Ähm, man hat danach dann auch bei der Aufreinigung von dieser Sohle, ähm, und der Verarbeitung hat man eben einen hohen Wasserverbrauch, teilweise dann auch, je nachdem, was für Elemente eben in dieser Sohle drin sind, auch das Anfallen von, ähm, ja, Abwässern, mit denen man irgendwie umgehen muss, die dann auch sehr salzhaltig sind. Und, ähm, wo man eben hier vorsichtig sein sollte, wie man damit umgeht, was leider dann doch teilweise auch nicht der Fall ist. Ähm, Leim-Soda-Methode heißt es, weil man nach diesem, äh, langwierigen Verdunstungsprozess, beziehungsweise teilweise auch schon währenddessen, gibt man Natriumkarbonat, äh, zu der Sohle dazu und, ähm, dadurch, äh, wird dann aus diesem Lithiumchlorid, also dem, also 2LiCl, äh, plus Natriumkarbonat, ähm, ähm, reagiert dann eben, äh, weil sich daraus dann Natriumchlorid bildet, also normales Salz auch nochmal und man dort dann das Lithium eben als, äh, Lithiumkarbonat abscheiden kann. Ähm. Wenn ihr euch merken wollt, äh, was das jetzt genau ist, Natriumkarbonat oder Soda, das ist Backpulver. Ja, genau. Ähm, nach diesem ganzen Prozess hat man eine ungefähr, oder je nachdem, aber normalerweise eine 6-prozentige Konzentration, mit der man dann eben, äh, in die Weiterverarbeitung gehen kann. Und, äh, je nachdem, was für ein, äh, Produkt man am Ende haben möchte, ist hier dann auch die Weiterverarbeitung eben unterschiedlich und, ähm. Ähm, das ist genau der Punkt, den ich vorher meinte mit dem Midstream-Refining, also ich hab jetzt hier dieses 6-prozentige Lithiumkarbonat, ähm, oder Lithium in irgendeiner Verbindung vorliegen und daraus mach ich jetzt etwas, dass ich dann später in einer Kathode, äh, eine Batterie einbauen kann. Ähm, bei dem Abbau, also ich hab's ja gerade eben schon so mal nebenher erwähnt, wir haben's das letzte Mal auch schon mal erwähnt, wir haben ja hier, äh, Milliarden von Litern von Wasser, die verdunsten über die Zeit, das ist zwar Salzwasser, dementsprechend wird der Wasserhaushalt dann nur in diesen Becken gestört, äh, ich hab aber dann halt trotzdem noch einen Wasserverbrauch bei der Aufreinigung und Weiterverarbeitung, weswegen ist hier, äh, beispielsweise in Antafogasta, ähm, da es, ja, die Befürchtungen der lokalen Bevölkerung gibt, äh, dadurch, dass das halt Regionen sind, wo Wasser eh schon relativ knapp ist, ähm, dass dort durch diesen Lithiumabbau mittlerweile, ähm, das Wasser in den Flüssen abgenommen hat oder auch, äh, Quellen ausgetrocknet sind, also der Grundwasserspiegel gesunken ist, ist ein bisschen schwierig, das nachzuweisen, dass das wirklich an dem Lithiumabbau liegt oder ob es andere Gründe dafür gibt, aber, ähm, ja, da gibt's schon Überlegungen, dass das, äh, zusammenhängen könnte, der, äh, die Förderung von diesem Salzwasser in diesen Salaren, da gibt's Aussagen von Hydrologen, dass es keine Verbindung zu den Wassersystemen außenrum hat, weil es ja Salzwasser und Süßwasser, das ist getrennt, ähm, ja, aber trotzdem ist nicht ganz klar, was denn eigentlich passiert, wenn wir die Sohle abpumpen und verdunsten lassen, es ist halt trotzdem ein Eingriff in ein, äh, Ökosystem, das auch einzigartige Arten hat, ja, ähm, da gibt's zum Beispiel eine nette Kette, ja, es gibt in diesen Lagunen, die dort sind, äh, Justin, du warst ja auch schon mal da, ähm, da gibt's Krebse, die da drin leben, ja, und diese Krebse, das sind die Haupt- oder die einzige Ernährungsquelle für die Andenflamingos, so, wenn jetzt die Krebse dort nicht mehr, äh, leben können, weil die Lagunen, weil dort der Wasserstand sinkt, dann sterben früher oder später auch die Flamingos aus, weil sie nichts mehr zu essen haben und von den Flamingos ernährt sich vor allen Dingen der Andenfuchs, weil der halt vor allen Dingen auf Flamingos steht und wenn jetzt die Flamingos nicht mehr da sind, weil die Krebse nicht mehr da sind, dann geht auch die Population der Andenfüchse zurück und eventuell stirbt dieser Andenfuchs dann, äh, sogar aus. Und wer schon mal diese Andenfüchse gesehen hat, äh, die sind relativ, die sind ziemlich süß, könnt ihr auch mal bei Wikipedia einfach eingeben. Äh, und unabhängig davon wäre es natürlich schade, wenn wir hier wieder, ähm, nur weil wir jetzt irgendwie unsere Elektroautos haben wollen, irgendwelche, ähm, ja, Ökosysteme durcheinander bringen, die dort halt auch sehr aufeinander angewiesen sind, also Andenfuchs hat nicht wirklich viele andere Quellen als diese Flamingos, um sich zu ernähren und die Flamingos halt auch nicht, äh, außer diesen Krebsen. Jetzt kann man noch drüber reden, ja, wenn wir jetzt, äh, anfangen die Sohle auch wieder zurückzupumpen danach, dann würden auch diese Krebse vielleicht überleben und so weiter und so fort, ähm, alles legitim, ähm, nichtsdestotrotz hat man eben für die Aufreinigung einen recht hohen Wasserverbrauch, da gibt's, äh, also die Quelle dafür ist nicht ganz klar, also nicht die Quelle für das Wasser, sondern die Quelle für die Information. Ähm, hier wird von sieben Millionen Litern am Tag gesprochen für so einen Betrieb von so einer Anlage, ähm, das ist jetzt von Terra X, die eh nicht unbedingt in dem Video mit, mit, äh, super tiefem Wissen brilliert haben, muss ich sagen, deswegen, ja, weiß ich nicht so genau, muss man ein bisschen mit Vorsicht, äh, genießen, äh, wenn ich schon immer mal einen höflichen Martin hören wollte, das war da gerne. Ja, genau, vorhin war ich nicht so höflich. Ja, auf jeden Fall, äh, sieht man hier halt, äh, Wasserverbrauch ist definitiv ein Problem, ja. Ähm, wenn wir jetzt unsere Lithium, äh, Verbindung, unsere, unser Carbonat, unsere, äh, Sole haben, dann möchten wir da ja teilweise auch metallisches Lithium draus, äh, gewinnen. Und das Ganze macht man über die Umsetzung mit Salzsäure und Elektrolyse. Die Elektrolyse findet bei 352 Grad Celsius statt, also muss man da auch ein bisschen Temperatur aufbringen. Und dann kann man hier eben das Ganze, ähm, ja, umsetzen. Je nachdem, was man daraus eben gewinnen will. Wenn man metallisches Lithium möchte, dann würde man das damit machen. Als Nebenprodukte oder Koppelprodukte beim Lithiumabbau können auch nochmal andere Elemente anfallen, was wiederum relevant ist für die Versorgung mit diesen Elementen. Das sind jetzt Cäsium, Potassium und, äh, Rubidium. Wenn wir jetzt massiv viel mehr Lithium fördern, dann könnten die Preise für diese, äh, Stoffe sinken. Jetzt muss ich gestehen, dass ich nicht... Also Potassium ist Kalium im Deutschen. Äh, genau, Kalium. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wofür es jetzt groß eingesetzt wird. Deswegen, ähm, könnte das auch nochmal Auswirkungen haben, die wir jetzt heute, äh, noch nicht abschätzen können. Oder ich zumindest nicht abschätzen kann. Aber wenn es günstiger ist, ist es ja erstmal eigentlich besser. Ähm, ja. Aber auch bei der Produktion von diesen drei, äh, Stoffen kann Lithium als, äh, Beiprodukt gewonnen werden. Und, ähm, das ist insbesondere beim Celsium, bei der Celsiumgewinnung, äh, relevant. Äh, jetzt ist es so, dass es ein Material gibt, das sich Polluzite nennt. Das ist das Mineral, aus dem normalerweise Celsium gewonnen wird. Das sind Lithium, Celsium, Rubidium Minerale. Und, ähm, ja, da könnte man auch sehen, dass zum Beispiel dann sich der Abbau davon nicht mehr lohnt. Dadurch dann wieder weniger Celsium abgebaut wird. Und so weiter und so fort. Ich hatte mir, äh, in der Vorbereitung für diese Episode auch, äh, ein paar Studien angeschaut, die dann verschiedene Zusammenhänge, ähm, zwischen dem Abbau verschiedener Mineralien, ähm, aufzeigen. Konkret ging es um Granger-Kausalitäten, äh, beziehungsweise, ähm, man weiß ja keine Granger-Kausalität nach, sondern man weiß, äh, nicht keine Granger-Kausalität nach. Also man macht den Negativ-Test in dem Bereich. Und, ähm, hier gab es interessanterweise in der Quelle, die ich rausgefunden habe, einen scheinbaren Zusammenhang zwischen Lithium und Kalisalzen. Ähm, Lithium hat hier wohl, also der Abbau von Lithium hat hier wohl einen Einfluss auf den Abbau von Kalisalzen. Was ich sehr interessant fand, weil Kalisalzen somit eine der wenigen Rohstoffe sind, die wir in Deutschland fördern und, äh, wo wir halt in Deutschland, äh, auch, äh, sehr viele von fördern. Ähm, sonst hat ja Deutschland nicht so viele Rohstoffe, die wir abbauen und können. Und das fand ich sehr interessant. Und zwar, ähm, gab es hier eben eine Zeitreihenanalyse und zwar hat sich die Prognose verbessert, ähm, den Kali-Preis über, äh, in der Zeitreihe zu prognostizieren gegenüber einer rein univariaten Zeitreihenprognose und zwar mit einem P-Wert von Null. Äh, was ich komisch fand, weil normalerweise ist der P-Wert nie gleich Null, aber hier ist er wirklich bis auf die Krippe nach. Was heißt der P-Wert für die Nicht-Statistik-Nerds? Äh, der P-Wert ist im Grunde eine Aussage darüber, wie zuverlässig diese Aussage ist. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen. Und was würde ein P-Wert von Null bedeuten? Äh, dass du, also in, ja, in diesem Fall, weil es ja eine nicht, eine, nicht, nicht, äh, Korrelation ist, würde ein P-Wert von Null heißen, dass es perfekt korreliert, ja. Und, also, beziehungsweise würde ich hier sagen, weil es eine Zeitreihenanalyse ist, dass die Zeitreihe, in der wir bei der Kali-Preis-Zeitreihen, ähm, Prognose, wenn wir dort, äh, die Lithium, äh, Preiszeitreihe mit reinnehmen, verbessert sich die Prognose im Vergleich zu einer Betrachtung von nur der Kali-Zeit, äh, Reihenprognose, äh, absolut, also es ist auf jeden Fall besser, äh, hier Lithium mit reinzunehmen, was eigentlich nicht der Fall sein kann. Also, ich kann es mir nicht so ganz erklären, äh, wer hier mehr weiß, gerne. Kali-Salz ist mit Kalium, oder? Ähm, ja. Naja, wenn ich jetzt auf einmal riesige Mengen Lithium fördere und da ein Nebenprodukt Kalium ist und ich aus dem Kalium dann Kalium-Salz herstellen kann und diese Nebenprodukte, Koppelprodukte inzwischen mehr Fördermenge sind als die eine Kalium-Förderung weltweit, könnte das schon Sinn ergeben. Ja, aber das würde nur dann Null werden aus meiner Sicht, also so war jetzt meine, ähm, war jetzt meine, äh, das, was ich jetzt hier sehe, äh, würde nur Sinn machen, wenn wir gar kein Kali-Salz mehr sonst abbauen würden, ja. Ja, ja. Und was hier auch noch komisch ist... Ja, Nullkommal, kommt halt drauf an, wie viele Nullen du da hast. Ja, ja, richtig. Kurzer Hinweis noch zu Cäsium wird gerne auch in der Raumfahrt bei Ionentriebwerken verwendet und in der Forschung, also wir können dann mehr forschen und mehr Sonden mit Cäsium-Ionentriebwerken durch die Gegend fliegen lassen. Ja, aber ich glaube, wir brauchen auch nicht so viel Cäsium dafür, aber ja, okay, hast du natürlich, ja. Ähm, also, was aber in dem Kontext auch noch interessant ist, eigentlich würde man dann eine Co-Integration erwarten, aber, also, beziehungsweise, man würde sie hier nicht erwarten, und es gibt auch keine Co-Integration, aber mit einem P-Wert von Null, also, es ist ein bisschen shady alles. Was ist da, eine Co-Integration? Oh je, wenn ich jetzt noch eine Co-Integration... Hast du das schon mal erklärt im Podcast? Ähm, nee, habe ich noch nie erklärt, muss ich gestehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt hier die perfekte Definition an der Co-Integration hinbekomme. Ähm, ich versuche es mal, und zwar liegt eine Co-Integration vor, wenn zwei oder mehr Variablen, wenn dort ein langfristiges Gleichgewicht besteht, ja, also, dass sich die eine Variable verändert, und dann weiß ich, äh, bei einer Co-Integration, wie sich die andere verhält, ja. Ähm, das geht aber, soweit ich weiß, nur bei integrierten Variablen, ähm... Also, ich glaube, du hast gerade 80 Prozent der Hörenden verloren. Ja, ja, okay, also, ja, ja, ist halt Statistik. Also, äh, ich bin da ja auch nicht perfekt drin, muss ich sagen. Ich habe das in meiner Masterarbeit gemacht und mich da viel mit beschäftigt, aber... Was würde denn das bedeuten, wenn hier eine Co-Integration vorliegen würde, auch wenn wir nicht wissen genau, was es ist? Äh, dass langfristig die beiden, äh, Variablen miteinander zusammenhängen. Also, die sind in einem Gleichgewicht. Und die Variablen wären dann Lithium-Preis mit Kalium-Salz-Preis. Okay, das heißt, wenn eine Co-Integration vorläge, dann wären die stark korrelierend und zusammenhängend. Ja, aber normalerweise, also mit einem P-Wert von Null heißt das, dass die halt komplett voneinander abhängig sind, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und das ist halt eigentlich nie der Fall, weil du hast immer irgendwo auch, also du hast, das ist ja eine langfristig, ja. Im Kleinen hast du eigentlich immer auch irgendwie Unterschiede, dass sich das unterschiedlich entwickelt oder unterschiedlich verhält. Aber lass mal mal so stehen. Weiß nicht, wie die auf ihre Daten gekommen sind. Nachgerechnet habe ich es nicht, weil es von der Deutschen Rohstoffagentur, die eigentlich immer relativ gute Informationen haben. Wenn ihr Statistik-Nerdin oder Nerd seid, dann könnt ihr gerne in der Kommentarspalte das hier ausklabüssern. Dann können wir das nachtragen in der nächsten Folge. Fun Fact Ressourcen.fm hat keine Kommentarspalte, aber ihr könnt uns gerne eine E-Mail schicken oder aber auf Twitter schreiben oder über die zahlreichen anderen Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen, könnt ihr das hier reinschreiben. Freue mich immer drüber. Ich lerne gerne dazu. Und ja, Statistik ist cool. Ich würde so gerne mehr davon verstehen, aber teilweise ist dann irgendwo auch mal bei mir Feierabend, muss ich gestehen. Gut, kommen wir zurück zu Lithium. Dann wird es weniger peinlich für mich. Da ist nichts peinlich. Ja, das stimmt. Man muss ja offen damit umgehen. Etwas nicht zu wissen ist, nicht peinlich. Genau. Das ist einer der größten Trugschlüsse, die viele haben. Voll und ganz richtig. Ja. Was bedeutet das jetzt alles, was wir jetzt hier gesagt haben? Und zwar sehen wir in den letzten Jahren einen Engpass in der Versorgung mit Lithium. Deswegen sind auch die Lithiumpreise in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten sehr stark angestiegen. Und das geht auf der einen Seite zurück auf die Produzenten, die hier teilweise Projekte wieder eingestellt hatten, weil die Lithiumpreise zwischendurch auch mal wieder abgesunken sind. Das geht jetzt auf diesen krassen Run auf die Kontrakte mit diesen Produzenten zurück. Also insbesondere die Elektrofahrzeughersteller versuchen sich gerade überall abzusichern und günstige Terminkontakte zu kaufen und setzen da auch die Produzenten massiv unter Druck, das Günstige anzubieten, weil die natürlich halt als großer Automobilkonzern hier auch eine gewisse Marktmacht haben. Die Produzenten warnen jetzt natürlich davor, hey, wenn wir euch das hier zu günstig verkaufen, dann fehlt uns ja das Geld, um unsere Produktion so auszubauen, was dann wiederum zu weniger Angebot führen würde und dann wieder auch Engpässe in der Zukunft erzeugen würde. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob da der Markt noch funktioniert, wenn die das davor warnen, ja. Juli 2020, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da gab es eben ein Mehrjahrestief, da hat die Tonne 29.800 Dollar gekostet. Bis April 2021, also letztes Jahr hat sich das dann wiederum fast verdreifacht, ja, das sind nicht stabile Märkte, wenn sowas passiert. Was halt, wie auch vorhin schon erwähnt, dazu führt, dass die Produzenten jetzt nicht unbedingt ein Interesse daran haben, hier ein Risiko zu fahren und große Investitionen zu tätigen. Trotzdem machen sie es, weil sie eben selber ja auch wissen, in den nächsten Jahren wird davon wahrscheinlich sehr viel abgenommen. Erstens das und die ersten Autohersteller haben angefangen, sich mit Bergbauunternehmen nicht nur Terminkontrakte zu sichern, was natürlich für das Bergbauunternehmen das massiv das Risiko reduziert, weil sie zu einem fixen Preis über einen fixen Zeitraum quasi Abnahmegarantien haben, sondern teilweise sogar anfangen, da kleinere Projektgesellschaften und Co. zu kaufen, um dann die wirklich selbst durchzuführen und diese Minen selbst zu betreiben. Und da sieht man dann auch, vor allen Dingen bei den Autoherstellern, die mehr Kapital haben, Tesla, also auch gerne mal anschauen, Tesla ist vom Marktwert her mehr wert als alle anderen Autohersteller zusammen. Ob das jetzt akkurat gepreist ist, ist eine andere Frage, aber zumindest haben sie genügend Cash, um sich da entsprechend abzusichern, auch für die Lieferkette. Und das wird sehr spannend, vor allem in den nächsten paar Jahren, wo wir auch schon teilweise gesehen haben, dass jetzt mit dem Chipmangel manche Autohersteller einfach keine Autos bauen konnten und das wird mit Lithium ähnlich sein. Und dann ist so ein schönes Elektroauto haben sie da, wäre ja schade, wenn sie keine Batterie einbauen können. Korrekt, ja. Nennt sich auch Rückwärtsintegration, dass sie eben hier versuchen, Risiken zu minimieren, indem sie hier die Lieferkette selber unter ihre Kontrolle bringen. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen, unter anderem eben, indem man direkt dort einsteigt als Investor, was mit einer der sichersten Arten ist, weil Terminkontrakte können gecancelt werden, andere Kontrakte können auch gecancelt werden. Das ist dann immer eine Frage, wie viel das einen kostet, zu einem Kontrakt zu canceln. Aber das kann man alles machen, ja. Ja, wer sind denn diese Produzenten? Da habe ich einfach mal ein paar mitgebracht, wo wir mal drauf schauen können. Zum Beispiel in Abermele, wie auch immer das ausgesprochen wird, in Chile auf jeden Fall. Dort sitzt die Sociedad Chimica in Minera de Chile und das ist aktuell noch der zweitgrößte Produzent in Chile. Die bauen massiv aus. Wir sehen Gangfeng Lithium. Gangfeng ist so ein Allround-Konsortium. Ich glaube, die machen auch Funkgeräte in China. Und die haben hier, das ist das insgesamt weltweit größte Bergbauunternehmen in einem Marktwert von um die 19 Milliarden US-Dollar. Ich weiß nicht, ob der sich mittlerweile jetzt schon wieder verändert hat, weil die Werte da ja gerade auch sehr volatil sind. Oder aber, beziehungsweise die planen gerade ein Projekt in Argentinien, das Cauchariolaros Lithium-Salzsee-Projekt. Da geht es um die Produktion von 40.000 Tonnen Lithium. Wobei das jetzt nicht Lithium als Lithium ist, sondern Lithium-Carbonat-Äquivalente, also LCE. Wie wir das vorhin gesagt haben, Lithium-Carbonat kann halt auch mit Verunreinigung kommen oder irgendwie mit anderen Stoffen drin. Deswegen hat man da irgendwann angefangen, wenn man das handeln möchte, wir führen jetzt einfach mal so wie bei den CO2-Äquivalenten, wo wir dann irgendwie auch Methan und anderes darunter berücksichtigen, nennen wir das jetzt einfach mal Lithium-Carbonat-Äquivalent, damit man irgendwie eine fungible Einheit hat, die man dann auch handeln kann. Die man auch wunderbar verwechseln kann, von der Abkürzung her mit den Lifecycle-Emissions. Richtig. Da ist es halt wichtig, um ein fungibles Gut zu haben, damit ich überhaupt einen Börsenmarkt oder überhaupt einen Markt irgendwie aufbauen kann und das vergleichen kann und auch die Preise vergleichen kann. Weswegen, also einer der Gründe war das, dass es eben bisher auch noch keine Börse für Lithium gab. Mittlerweile gibt es da eben unter anderem von Benchmark Mineral zumindest mal einzelne Anbieter von Vergleichen und von Preisen. Denn was viele ja nicht wissen, eine Börse ist nicht schlecht, sondern eine Börse bietet dir eben vor allen Dingen Transparenz, weil du halt einen Markt hast, der auf einmal transparent ist, wo du siehst, zu welchem Preis wird gehandelt. Und insbesondere bei Rohstoffen ist das halt wichtig, weil ansonsten kann halt sowohl der Kunde, wobei normalerweise eher dann der Anbieter, also die Mine, hier dir die Preise diktieren kann und das Ganze einfach dann auch nicht transparent ist und nicht fair ist. Insgesamt soll über die nächsten Jahre die Lithiumproduktion von bisher 120.000 Tonnen auf über 600.000 Tonnen wachsen. Das wäre ein Wachstum um 400 Prozent, also bei diesem Gang von Lithium, muss man dazu sagen. Wir sehen, dass die Produzenten hier eben schon sich darauf vorbereiten, dass wir einen Bullenmarkt haben und bisher sehen wir das auch. Der Bullenmarkt würde heißen, dass es nach oben geht. Genau, Bullenmarkt bedeutet immer nach oben, also so eine Rohstoffpreis-Rallye. Bullen- und Bärenmarkt habe ich glaube ich vor ein paar Episoden mal erklärt, kann man sich relativ einfach merken. Wie greift ein Bulle an? Der stößt von unten nach oben. Wie greift der Bär an? Der schlägt mit seiner Tatze von oben nach unten. Von oben nach unten, Bärenmarkt, der Markt geht nach unten. Bullenmarkt von unten nach oben, der Markt geht nach oben. So könnt ihr euch das ganz gut merken. Ja, hier gibt es einen Begriff, den werfe ich jetzt einfach mal in den Raum und packe euch einen Link dazu, dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Es gibt so etwas, das nennt sich Reflation Trade. Das bedeutet, dass wir ein direktes, starkes Marktwachstum nach einer Rezessionsphase haben. Und sowas haben wir im Grunde auch im Lithium-Bereich gehabt. Wird ein ähnlicher Boom erwartet, wie beim letzten Superzyklus um die 2000er Jahre rum. Damals haben die BRIC-Staaten ja sehr stark an Einfluss gewonnen. Und aktuell nimmt man an, dass die Staaten, die im Bereich Lithium stark mit dabei sind, also so Staaten wie Argentinien. Also Brasilien, Russland, Indien, China. Die BRIC-Staaten meinst du jetzt? Die BRIC, ja. Genau, das waren eben Brasilien, Russland, Indien, China. Genau, die haben ja jetzt in den 2000er Jahren sehr stark an Einfluss gewonnen weltweit. Und insbesondere auch, was die Wirtschaft angeht, insbesondere ja auch China. Und wir erwarten jetzt, oder ich würde jetzt erwarten, dass etwas Ähnliches jetzt mit den Lithium-Staaten passiert. Also die, die Lithium-Vorkommen halten, die aber auch die Verarbeitungs- und Aufbereitungskapazitäten halten, was halt vor allen Dingen China aktuell ist. Das sind ja, genau, aber das sind ja zwei völlig verschiedene teilweise, also zwei Gruppen, die sogar teilweise nicht, überhaupt nicht übereinander liegen. Das heißt, die Frage ist, werden die wichtig, die die Lagerstätten haben oder werden die wichtig, die es aufbereiten oder diejenigen, die die Produktionsstätten am Ende von den aufbereiteten Produkten haben. Also das letzte wären wir in Europa mit den Batteriefabriken, das mittlere wären im Moment China mit der Aufbereitung und das erste wären Argentinien, Chile, Kongo für Kobalt und Co. Also wenn wir jetzt über Batterien sprechen, weniger von Lithium-Fokus her. Und da werden wir sehen, wo da die, wo da die Macht und die, ja, die Relevanz dann liegt. Ja, voll und ganz. Und es ist auch ein bisschen die Frage, ob eben die Staaten, die für Lithium haben, wie jetzt Australien, Chile, Argentinien, ob die sagen, okay, wir wollen jetzt auch mehr von der Wertschöpfungskette bei uns im Land ansiedeln. Wenn die das machen wollen, dann wäre das für die wahrscheinlich nicht schlecht. Wir sehen aber auch, dass einfach China in den letzten Jahren hier einen maßgeblichen Plan verfolgt hat. Und zwar sind die da relativ clever vorgegangen, dass sie eben immer mehr Verarbeitungs-Werkschöpfungsstufen in ihr Land geholt haben, auch wenn sie die Rohstoffe im eigenen Land nicht so sehr hatten. Also bei Kupfer, bei Nickel, bei Kobalt, bei Lithium, seltene Erden sowieso, sind die mittlerweile einfach führend. Auch bei Aluminium und bei Eisen haben die riesengroße Hütten dort aufgebaut. Und ja, haben hier eben die Strategie, dass sie möglichst in jeder Wertschöpfungskette in irgendeiner Form eingebunden sein wollen. Unter anderem halt auch, ist natürlich ein politisches Druckmittel, aber auf der anderen Seite, es lohnt sich halt einfach auch für sie. In den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten war das insbesondere auch, weil sie natürlich bei den Umweltstandards ein bisschen flexibler waren als jetzt westliche Staaten. Mittlerweile ziehen die da aber auch gut nach und wir sehen ja auch immer wieder in den letzten Monaten, wenn die Energieversorgung in China zusammenbricht oder schwieriger wird, dann haben wir auf einmal große Probleme, weil die Rohstoffversorgung bei uns mit Magnesium, mit Aluminium, mit Stahl, mit verschiedensten Materialien, auch Halbleitern, einfach auf einmal schwierig wird. Oder teilweise auch zum Erliegen kommt, weil einfach hier China dann sagt, ja okay, wir machen keine Exporte mehr, wir müssen erstmal unseren heimischen Markt bedienen. Und das bleibt meiner Meinung nach sehr spannend, wie sich das weiterentwickeln wird und da haben wir hier auch mal ein Chart mit reingepackt, wo man dann sieht, also von der Internationalen Energieagentur ist das, wo man sieht, wie sich der Extraktionsmarkt und der Processingmarkt hier unterscheiden für verschiedene Rohstoffe. Insgesamt sehen wir hier auch, dass bei dem Markt für die Energy Transition, also es gibt ja Elemente oder es gibt Materialien, die insbesondere relevant sind für den Umbau unseres Energiesystems hin zu mehr erneuerbaren Energien und hier sehen wir eben auch, dass China, was Grafit und seltene Erden angeht, sehr weit mit vorne dabei ist, bei der Förderung dieser Mineralien, aber bei den anderen eigentlich nicht wirklich relevant ist, vielleicht bei Kupfer noch ein bisschen, aber da gibt es andere Player, die dann weitaus wichtiger sind. Wir sehen dann aber auch, dass eben bei der Weiterverarbeitung dieser Materialien China eigentlich fast immer einen hohen Anteil hat. Du musst gerade noch was sagen, oder? Ne, ich habe nur gefragt bei den Grafen, ob das jetzt Produktion ist, aber das eine ist Produktion wirklich, wo wird es gefördert und das andere ist, wo wird es aufgearbeitet und da sieht man wirklich, vor allem bei der Aufarbeitung ganz korrekt, wie er von Benchmark irgendwie fast schon gebetsmühlenartig wiederholt, die zwischen 70 oder 60 und 99 Prozent der sogenannten Midstream-Aufbereitung ist einfach in China im Moment. Was übrigens aber nicht so sein muss, also das können wir auch nachbauen, aufbauen, wenn wir denn wollen. Ja, ist auch ein bisschen die Frage von eben Preiskampf. Also es war halt die ganze Zeit günstiger, das in China zu tun, eben wegen niedrigeren Umweltstandards, teilweise auch, weil dort dann einfach verschiedene Anreize gesetzt wurden, weil man vielleicht auch in den eher westlichen Ländern sich davor scheut, solche Schwerindustrie anzusiedeln. Ja, also das ist einfach ein Problem oder halt wie bei den seltenen Erden, was ich auch in der seltenen Erden-Episode schon gesagt hatte, wir schlicht und einfach die Kompetenz nicht haben. Wir können so Anlagen hier nicht aufbauen, weil wir das Wissen nicht haben. Wir können das Wissen aber aufbauen. Ja, aber das ist relativ schwierig und zwar geht es hier nicht um explizites Wissen, das du aus Büchern hast, sondern um impliziertes Wissen von den Technikern und von den Werkern dort. Und zwar arbeiten die, was viele ja nicht wissen oder was auch schwer vorstellbar ist, so Leute, so ein Gießer in einer Stahlhütte, das sind krasse Dudes einfach, muss man einfach so sagen. Die schauen drauf und können dir ganz genau sagen, wann sie ihren Abstich machen müssen, wann sie ihre Prozesse machen müssen. Das ist implizites Wissen, das können die auch gar nicht dir aufschreiben oder sowas, sondern das wird einfach weitergegeben dann an die Azubis. Das muss man lernen, das haben die einfach im Gefühl, im Gespür. Aber das ist ja ein Wissen, was wir aufbauen können, das würde halt Zeit dauern und du wärst am Anfang nicht so gut, aber das ist ja ähnlich wie bei China gewesen, die am Anfang auch nicht irgendwie mit der Muttermilch das Know-how gehabt haben, sondern die haben angefangen, waren am Anfang schlechter und dann wirklich günstiger und dann hatten sie aber eine Industriepolitik, die gesagt hat, nee, ihr müsst aber so und so viel Chinesisches produzieren und dann wirst du besser und dann kommst du nach, du musst es nur wollen an der Stelle, glaube ich. Also ich meine, wir haben auch nicht gelernt oder direkt, wie man jetzt ordentlich Lithium-Ionen-Zellen produziert und haben jetzt auch dieses Know-how aufgebaut und bauen es auf. Klar, aber es ist halt teuer. Es kostet halt einfach Geld. Ja, aber abhängig sein und dann gar nicht bauen können, ist womöglich noch teurer. Klar, volle Zustimmung, ja, aber irgendeiner muss es halt zahlen und das ist halt das Problem, das du hier hast. Und da gibt es ja auch Überlegungen eben da was zu tun, deswegen gibt es ja verschiedene auch Initiativen in der EU, die da sagen, okay, wir müssen eben strategische Punkte auch besetzen und da zumindestens Minimalkapazitäten haben, um eben so einen Ausfall abzufedern, ja. Bei seltenen Erden ist, ja, klar, könnte man machen, aber es ist halt dann auch relativ schwierig, da mit den Chinesen mitzuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. In Malaysia wird da auch nochmal ein bisschen was verarbeitet, aber muss man auch sagen, dass das halt meistens dann chinesische Arbeiter sind, die dort eingesetzt werden, die aber da auch, also China macht das schon relativ gut, weil diese Leute, oder halt ein bisschen inhuman, aber macht das relativ gut, denn die Leute, die dort dieses implizite Wissen haben, die werden auch nicht in andere Länder gegeben, außer eben in Malaysia teilweise, die dürfen aber auch ihr Wissen teilweise nicht weitergeben oder abgeben und haben da auch Reisebeschränkungen und sowas. Also das ist schon relativ restriktiv, wie die das versuchen, hier ihr Wissen zu schützen. Ist relativ witzig, weil lange Zeit hat man ja andersrum gesagt, dass die Chinesen das Wissen immer bei uns absaugen und jetzt machen sie halt genau andersrum das, was wir immer versucht haben, unser Wissen zu schützen. So hat sich jetzt hier, the tables have turned, sage ich mal, in diesem Bereich und in verschiedenen anderen ja auch. Was ich hier gerade sehe, die Aufbereitung von Kobalt passiert zu einem durchaus signifikanten Maß laut dieser IEA-Grafik in Finnland und auch in Belgien, auch nach China. Und Kobalt wird ja hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo gefördert, die eine Ex-Kolonie von Belgien ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da noch aus, quasi Resultate des Kolonialismus sieht oder warum jetzt ausgerechnet Belgien, wenn es um Kobalt geht, das aufarbeiten würde. Also ich nehme, Ich weiß es nicht, wäre mal interessant, sich das anzuschauen, aber das nehme ich einfach mal an, dass hier Belgien einfach immer noch Verbindungen zur Demokratischen Republik Kongo hat und da dann einfach gewachsene Strukturen sind, so eine Pfadabhängigkeit mäßig, dass die das irgendwann mal aufgebaut haben und dann halt einfach weitergeführt haben. Ist eigentlich auch nicht verwunderlich, dass China hier eben auch sehr stark ist. Hängt auch damit zusammen, zumindestens hören, sagen. Das ist so das, was man hört, was natürlich keiner nachweisen kann, aber hören, sagen sagt einfach, dass in der Demokratischen Republik Kongo ja der Kobaltabbau auch genutzt wird, um die Konflikte dort anzuheizen und ja, Amerika und Europa haben dort ja Maßnahmenpakete verabschiedet, um eben diese Konfliktrohstoffe stärker zu überwachen und das sicherzustellen, dass man eben keine Konflikte damit anheizt, wenn man die Rohstoffe dort kauft. Jetzt gibt es natürlich aus der Demokratischen Republik Kongo heraus große Schmuggelbewegungen und es gibt die starke Vermutung, dass eben viel von diesem Kobalt nach China fließt und dort dann einfach verarbeitet wird und relabelt wird und dann einfach als cleanes Kobalt weiterverkauft wird. Dass das auch einen Anteil hat. Wenn man sich anguckt, dass China über 60 Prozent der gesamten Verarbeitung vornimmt, dann ist das jetzt nicht so abwegig, würde ich mal sagen. Aber ist natürlich alles Vermutung. Ja, so ist das. Noch mal zu dem Abbau zurückkommt. Habe ich jetzt ein bisschen doof aufgebaut, aber das fällt mir gerade auf, dass wir das oben vergessen hatten. Und zwar in den südamerikanischen Ländern wird das ja vor allen Dingen aus der Sohle gemacht. In Australien wird das vor allen Dingen aus dem Gestein gemacht. Und hier muss man auch noch mal berücksichtigen, dass das nicht einfach nur der Stein ist, den man dann zerbröckelt, sondern ich hatte es oben gesagt, man nimmt da Chemikalien und löst das dort raus. Da hat man natürlich dann auch wieder das Risiko, dass diese Chemikalen in die Umwelt gelangen. Was dann halt auch passieren kann. Oder auch die Abwässer davon müssen auch in irgendeiner Form weiterverarbeitet werden. Aber das hat man ja bei fischen Bergbauprojekten, diese Probleme. Gibt es auch noch ein YouTube-Video dazu. Kann man sich anschauen, wenn man da mehr dazu wissen möchte. Die Koppelförderung bei Geothermieanlagen in Deutschland hat hier beispielsweise den netten Nebeneffekt, dass das Ganze im Kreislauf geführt werden kann. Das heißt, man würde Lithiumoxid oder auch Manganoxid hier ausfällen aus dem Wasser, das man hochgepumpt hat und würde das Wasser wieder runterpumpen. Das heißt, man hätte hier jetzt auch eher ein geringes Risiko für irgendwelche Umweltschäden, die durch Abwässer oder sowas auftreten. Man hat natürlich wiederum das Problem bei Geothermie, dass man irgendwo Erdbeben auslöst. Hat man ja im Rheingraben immer mal wieder gehabt, diese problematischen Situationen, dass sich dann irgendwo Gebiete erheben oder absenken und dann Gebäude dadurch beschädigt werden. Und das hat man hier halt weiterhin. Da gibt es ja noch nicht so eine Patentlösung dafür. Ja, wenn wir aber über Umweltschäden und sowas reden, dann bietet es sich dann natürlich auch an, über CO2-Emissionen zu sprechen. Ich weiß nicht, Justin, wie oft wurde die... Ja, also du lachst schon, ja. Also ich habe ja immer das Problem, wenn ich mit Leuten rede, hey, lass mal erneuerbare Energien ausbauen, dann kommen immer so geile Argumente wie so, ja, aber das verschandelt die Landschaft. Und ja, das ist ja auch schlecht, weil das erzeugt ja auch Emissionen. Und auf den PV-Zellen, da setzen sich dann die Bienen drauf und verpritzen sich ihren Hintern. Ja, und bei den meisten Sachen, also bei den Bienen kann ich euch gleich mal sagen, äh, nee, stimmt nicht, weil diese Viecher sind darauf gepolt, sich auf Blüten zu setzen. Warum sollten die sich auf eine Photovoltaik-Zelle setzen, die in keiner Weise aussieht wie eine Blume und auch nicht irgendwelches Licht emittiert, die so aussieht wie eine Blume? Also, es wäre halt die Frage, reflektiert eine Solarzelle in irgendeiner Form ultraviolettes Licht, was ja häufig der Marker ist? Wenn sie das nicht tut, dann lasst einfach diese Nebelkerze, wie man im Deutschen so schön sagt, einfach bleiben. Das andere ist, es gibt diesen zweiten Begriff, NIMBY, beziehungsweise NIMBY, not in my backyard Phänomen, wo es heißt, ja, wir sollten auf jeden Fall alles grün und nachhaltig machen, aber bitte nicht in meinem Hinterhof. NIMBY, not in my backyard, das muss ich mir auch schreiben, ja. Ja, und das sind auch immer so Whataboutism-Argumente oft, so, ja, aber Elektrovehikel sind ja auch schlecht und die haben ja auch Emissionen. NIMBY. Die sind ja sogar noch schlechter teilweise, weil ja bei der Batterieproduktion so viel anfällt, so. So, jetzt... Das nächste größte Bullshit ist, der mich schon wieder triggert, weil dieses Argument von einer Batteriezellenproduktion, das ist, worauf man da achten muss, wenn man sich diese Argumente anhört, ist, auf welcher Datenbasis agieren sie, weil es gibt, und da gibt es eine meiner Lieblingsquellen in der Hinsicht, auch Höchstra auf Twitter, der in Niederlanden Professor ist und der sich seit Jahren mit der ganzen Thematik befasst und was man dort sieht, ist, dass viele dann für die Batteriezellenproduktion, vor allem in Deutschland, bei manchen eher Kolben-Instituts, verwandten Institutionen, Verzeihung, läuft, dass dann Datenquellen von 2014 oder älter verwendet werden, also von vor sieben Jahren oder von mehr als fünf Jahren, teilweise zehn Jahren für die CO2-Intensität der Produktion. und die sind einfach so alt, das wird deutlich besser und jetzt will Martin was sagen. So, ja, wir waren bei den CO2-Emissionen, mussten kurz eine Unterbrechung machen, um das technische Setup hier nochmal in den Griff zu bekommen. Wir hatten gerade über NIMBY gesprochen, also über das Thema Not in my Backyard, was dann so Auswirkungen hat, dass wir höhere Abstände für Windkraftanlagen in Deutschland haben zu Siedlungsgebieten als Kohlekraftwerke, wo ich mir so denke, also ich habe lieber so eine Turbine im Garten stehen als irgendwie ein Kohlekraftwerk. Aber, aber man muss wirklich dazu sagen, ich habe es mir mal live angeschaut bei einer Tante von mir, die haben diesen Wurfschatten im Wohnzimmer und das ist schon, also das verstehe ich schon, ist uncool. Also Wurfschatten, da bin ich total dabei, das ist scheiße, keine Frage. Also es ist der Schatten von den Rotorflügeln, der dann eben immer wieder on-off kommt und dann hast du immer wieder so ein Flackern in deinem Wohnzimmer, ja. Genau. Ist jetzt das Rauschen wieder da oder geht's? Es geht, alles gut. Gut. Der Wurfschatten, da lasse ich wunderbar mit mir reden, den sollte man schon, die Dinger sollte man so bauen, dass jetzt nicht riesige Wurfschatten unbedingt auf riesige Gemeinden gehen, weil dann wirst du echt gerissen. Das ist kacke. Da gibt es dann auch andere Techniken, wie zum Beispiel die Drachen-basierten Windturbinen, die als Drache in mehreren hundert Metern Höhe durch die Gegend kreisen, wie das ein Lenkdrache von einem Kind auch tut. Oder halt die Radikalen, ne? Ja, da sehe ich jetzt nicht so viele von den Dingern, aber die Lenkdrachen, die haben halt nur noch ein Seil und gar keinen Stempen mehr, das heißt, da hast du auch viel weniger optische Beeinflussung, sowohl über Schatten als auch über das Ding, was da rumsteht, der Spargel in der Landschaft. Die Leute essen gern Spargel, aber sehen wollen sie nicht anscheinend. Aber die die Argumentation über Infraschall, wie wir ja auch festgestellt haben, ist einfach absoluter Bollocks. Also man hat das schon, also die Dinger hört man schon? Ja, man hört sie, aber das, was die Bundesagentur da über 15 Jahre diese Sicherheitsanstalt, das waren ja einfach völlig falsche Messwerte, die nie jemand nachgerechnet hat, bis sie einmal jemand nachgerechnet hat und dann komplett um Faktor zehn oder hundert oder so völlig falsch waren. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen mit Infraschall. Ich hatte nur immer auch dieses mit den Vögeln. Also die Infraschall-Emissionen wurden über mehrere Jahre bis so mehr als ein Jahrzehnt in Deutschland als Faktor zehn oder zwanzig völlig zu hoch fälschlich angegeben. Da gab es einen Skandal vor ein, zwei Jahren. Falls du eine Quelle hast, pack die mal hier rein, weil das war mir jetzt gar nicht bewusst, aber auch interessant, ja. Spannend. Ja, anyhow, auf jeden Fall gibt es ja auch da so Debatten über die Vögel, die da sterben, wo man dann auch einmal Vergleiche gemacht hat, wie viele Vögel denn durch verschiedenste Sachen sterben und wo es halt die Windkraftanlagen sogar unterrepräsentiert sind, ja. Und du hast dann halt auch so Sachen wie Offshore, dass da dann Umweltauswirkungen sind. Ich denke, wir müssen uns halt einfach darauf einigen, wenn wir agieren als Menschheit, was wir tun und wenn wir wirtschaften wollen, wenn wir halt einen gewissen Wohlstand auch haben wollen, dann haben wir einfach auch Kosten dafür. Und diese Kosten sind halt nicht nur monetär, sondern wir haben einfach auch Umweltkosten. Wenn wir Rohstoffe abbauen, werden wir immer in irgendeiner Form Eingriffe in der Umwelt vornehmen müssen. und dann ist nur die Frage, sind wir eben bereit, diese Eingriffe zu tragen und ich persönlich bin da halt einfach der Meinung, ich kann nicht sagen, ich möchte diese Eingriffe tragen, aber nicht bei mir in Not in my backyard, das geht halt nicht, ja. Entweder du sagst, ja, ist okay und dann auch okay, wenn das jetzt in meiner, in Anführungsstrichen, in meiner direkten Nachbarschaft stattfindet oder aber ich sag halt, nee, ist nicht okay, ja. Also das ist halt, äh, finde ich so ein bisschen, also ja, ich will jetzt auch nicht unbedingt eine Open Pit in meinem Hinterhof haben, klar, ja, aber irgendwo muss man da auch ein bisschen das dann akzeptieren können, dass dann halt einfach einen Tod man sterben muss und entweder du hast ein Kohlekraftwerk im Garten sitzen oder halt eine Windkraftanlage und da weiß ich definitiv, dass ich mich für die Windkraftanlage entscheide. Auch wenn man da vielleicht einen Wurfschatten hat, den sieht man halt direkt bei dem Kohlekraftwerk sieht man halt die Krebsauswirkungen dann erst ein paar Jahre später. Aber, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, wir haben jetzt einen ziemlichen Exkurs gemacht, es sollte ja eigentlich jetzt gehen um dieses Whataboutism, dass Elektroautos, äh, ja, viel mehr CO2 emittieren als die, äh, ICEs, also die Internal Combustion Engines, also die Verbrenner und, äh, dass das insbesondere daran liegt, dass in der Produktion diese Elektroautos ja massiv viel Emissionen anfallen und die super schlecht für die Umwelt sind. Logo. Ja, ja. Äh, nehmen wir das jetzt einfach mal an und schauen wir uns mal die Daten an. Ich habe hier nämlich eine tolle Grafik mitgebracht und zwar wieder eben von der, äh, Internationalen Energieagentur und zwar haben die 2020, äh, und ganz, ganz wichtig und richtig ja. Wie bitte? Und ganz wichtig und richtig eben aktuelle Daten. Also es gibt viele, auch wenn man öffentlich schaut, äh, irgendwelche sogar heutig veröffentlichte Studien, insbesondere aus Deutschland von manchen Forschungsinstituten, ich will da jetzt keine Namen nennen, um sie unter den Bus zu werfen, die dann, äh, auf, äh, Quellen in ihren, in ihren eigenen Quellen verweisen, die eben, wie schon gesagt, fünf bis zehn Jahre alt sind, die einfach überholt sind. Also man muss aber auch dazusagen, weil ich ja selber in dem, ähm, äh, in dem Treibhausgasbilanzierungsbereich arbeite, nur weil eine Quelle jetzt fünf oder zehn Jahre alt ist, heißt das nicht, dass die schlecht ist, man muss es sich im Detail anschauen. Es gibt zum Beispiel halt einfach Faktoren für, äh, physikalische Prozesse, wo der zugrunde liegende Prozess sich nicht verändert. Der hat sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert, dann brauche ich auch keine neuen Faktoren. Aber, wir reden ja hier nicht über physikalische Faktoren, sondern um Wirtschaftszweige, die sich natürlich verändern, weil ja natürlich auch die Leute dazulernen oder besser werden und effizienter werden und halt, ja, und wir reden eben, genau, wir reden eben ganz bewusst hier von den, den CO2-Emissionen, die mit der Produktion und der Herstellung verbunden sind und darüber gibt es Studien und diese, es gibt manche Studien und Paper, die eben fünf bis zehn Jahre alt sind, aber dass in den letzten fünf bis zehn Jahren genau uns, besonders in diesem Feld, enorm viel passiert ist, ist einfach Fakt und das ist halt so frustrierend, wenn ich mir dann irgendwie anschaue, dass in Deutschland dann gerne gefühlt aus Lobbyarbeitsgründen und Lobbygründen dann der, der immer noch kolportiert wird, dass der Verbrennermotor irgendwie Energie, CO2- und klimafreundlicher wäre als ein Stromer, was einfach völlig absurd ist inzwischen. Ja, ja, ist, ist absurd, ja, aber wir schauen es uns einfach mal an, weil ich habe hier eben diese Grafik mitgebracht, die basiert auf aktuellen Daten, da kann ich auch nochmal sagen, ich habe letztes Jahr, Ende letztes Jahr, habe ich einen Kurs zum Thema Critical Raw Materials gemacht an der TU Delft, also so einen Online-Kurs, der da auch das Thema sich angeschaut hat, die da sehr, sehr kritisch auch mit reingegangen sind und sich das angeschaut haben und man hat, wenn du ein Elektroauto neu vom Band kaufst und wenn du einen Verbrenner neu vom Band kaufst, dann hast du hier wirklich erstmal den Effekt, dass das Elektroauto dann höhere Emissionen hat, bei null Kilometer, ja, nur, du hast, also die Haupt, ja, es ist ja klar, also wenn du es ins Museum stellen willst, dann solltest du dir einen Verbrenner kaufen. Ja, genau, wenn du nur irgendwo hinstellen willst, genau, ja, aber das ist halt der Fall, ja, bei einem Verbrenner, da fallen halt die Emissionen während der Nutzung an und beim Elektroauto halt vor allen Dingen bei der Produktion, wobei man selbst da schauen muss, dass die nicht wirklich viel höher sind, also ihr seht hier dann so ein Balkenchart von den Lifecycle Greenhouse Gas Emissions, ja, packen wir auch mal in die Shownotes rein und dann seht ihr das da, ja, und es gibt so eine Grenze, die sich aber seit Jahren immer weiter absenkt und gerade ist es, also in einem Worst-Case-Szenario, in einem Worst-Case-Szenario ist ein Elektroauto bei 30.000 gefahrenen Kilometern hat es dann eine bessere Treibhausgasbilanz als ein Verbrenner, ab 30.000 Kilometer auf die Lebenszeit gesehen, nicht pro Jahr oder sowas, sondern auf die gesamte Lebenszeit gesehen. Genau, und das ist der Punkt, wo wenn ihr anfangt in deutschsprachigen Online-Portalen, Medien etc. zu suchen, dass da dann gerne 80.000, 120.000 Kilometer oder so gerne genannt werden. Da gibt es auch einen netten Debunk. Zwei Punkte sind da enorm wichtig, wenn man da anfängt zu recherchieren. Das eine ist zu verstehen, oder sogar drei vielleicht, das eine ist zu verstehen, dass die Daten für die Batterieherstellung, dass die aktuell sind, nicht von 2014 sind, weil da hat sich seitdem sehr viel getan. Das zweite ist, es wird gerne angenommen, dass die Stromerzeugung zu fast 100% aus Kohle ist oder zumindest im aktuellen Mix, wobei sich der Mix der Stromerzeugung in den Ländern ja auch verbessert und vergrünt. Und das ist etwas, was ich mit einem Benziner eigentlich nicht haben kann, außer ich hätte irgendwie E-Fuels, die überhaupt einfach einen Pipedream sind aus meiner Sicht. Das heißt, wir sehen sehr einfach, dass die Emissionen sich über die Lebenszeit auch verringern können, aber was aber noch nicht mal eingepreist werden muss, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und das dritte Wichtige ist, dass in diesen Vergleichen gerne der Verbrauch der Benziner und der Verbrenner über den WLTP-Zyklus angenommen wird. Wenn ich aber den WLTP-Zyklus, das ist dieser Testzyklus, der immer noch besser ist, als der NEDC-Zyklus ist, aber immer noch ziemlich scheiße ist, oder auch, warum verbraucht mein Auto im realen Leben irgendwie zwei Liter mehr, als es laut Testzyklus, laut Sticker braucht, dass ich statt dieses WLTP-Flotten-Averages oder Durchschnitts stattdessen eigentlich den real gemessenen Durchschnitt mir anschauen sollte. Und wenn ich das dann tue und das alles zusammenwerbe, dann stelle ich sehr schnell fest, dass, wie du sagst, im Worst Case wir bei ungefähr 30.000 Kilometern sind. Das heißt, wenn ich dieses Ding mehr als 30.000 Kilometer gefahren bin, bin ich danach mehr oder minder automatisch grüner als, oder CO2, CO2-Emissions geringer als mit einem Benziner. Ja, und was man hier auch berücksichtigen muss, ist, wie du das gesagt hast, wir bauen unser Energienetz, also unser Stromnetz ja gerade um auf erneuerbar. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren vermutlich mehr erneuerbare Energien geben. Dadurch wird dann auch hier die CO2-Intensität von dem Strom, den ich hier verfahre, sinken. Bei den, bei den, ja, Diesel und anderen fossilen Kraftstoffen ist das genau andersrum. Dadurch, dass wir hier mittlerweile, was die Motoren angeht, schon sehr effizient sind, also davon abgesehen, ich habe ja einen Motor eingebaut, der wird ja jetzt nicht auf einmal effizienter, normal, außer da hast du irgendwie einen Safter-Update, aber das ist eigentlich durch. Nur was wir hier als Problem haben ist, wir haben ja auch bei der Förderung von diesem Öl und Gas, vor allem Öl in dem Fall, haben wir ja auch Emissionen und umso aufwendiger diese Förderung ist, ja, also es ist ein Unterschied, ob ich in Texas, wie 1800 oder wann auch immer da die ersten Ölfelder erschlossen wurden, ja, ob ich da praktisch einen oberflächlichen See habe, aus dem ich das abpumpen kann, ja, wo ich einfach nur mein Rohr reinhänge und dann eine Pumpe dranhänge. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu irgendwelchen Offshore-Drilling-Plattformen, die irgendwo im Golf von Mexiko in tausenden Metern Tiefe irgendwas fördern. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Golf von Mexiko so tief ist, ich weiß aber, dass es in anderen Bereichen halt sehr, sehr tief gefördert wird, wo du halt einfach sagen musst, das ist halt ein ganz anderes Level und da ist halt zu erwarten, dadurch, dass wir halt die einfachen Vorkommen mittlerweile alle abgeschöpft haben, dass sich hier bei der Produktion dieser Kraftstoffe die CO2-Intensität steigt. nicht nur da, sondern auch, also Förderung ist das eine, dass ich das Zeug aus dem Boden hole, aber die Raffinierung benötigt auch extrem viel Energie und produziert CO2-Emissionen und ich wollte noch schelmisch sagen, Software-Updates gibt es zwar immer noch, aber die führen in der Regel eher dazu, dass Abschalteinrichtungen ausgeschaltet werden und dann der Spritverbrauch eher noch steigt. Ja gut, es gibt ja auch sowas irgendwie, dass dein Motorsoftware effizienter wird oder sowas, aber ich glaube, dass das, also da sind wir schon relativ nah an einem Optimum, ja, es gibt ja immer so Aussagen, dass die, bevor eine neue Technologie eingeführt wird, die alte Technologie dann nochmal richtige Sprünge macht und das sehen wir wahrscheinlich auch, aber die sind nicht mehr so gigantisch, als dass die neue Technologie dann nicht immer noch besser wäre in dem Fall. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, umso mehr Lithium wir fördern, ja, da hat man das gleiche Problem hier, ja, die, die guten Lagerstätten sind irgendwann aufgebraucht und irgendwann wird man dann auch weniger gute eben verwenden, wo man dann mehr Energie aufwenden muss, um dort das Lithium raus zu gewinnen, man muss mehr Aufwand betreiben und hat dann hier auch höhere CO2-Emissionen. Jetzt schauen wir uns aber mal die CO2-Emissionen an und zwar sind das hier jetzt drei Cases, die hier aufgemacht wurden für die Lifecycle Greenhouse Gas Emissions, das heißt über den gesamten Lebenszyklus von einem Auto gesehen und hier hat man bei dem, bei dem Verbrenner sieht man, dass ja um die fünf Tonnen CO2-Äquivalent, ja, ein bisschen mehr, vielleicht sind es auch sechs oder sieben, also auf jeden Fall unter zehn Tonnen fallen dort an für das, für die Herstellung des Autos und alles danach dann bis knapp, also insgesamt bis knapp über 40 Tonnen, sind das jetzt eigentlich nur Tonnen oder sind das tausend Tonnen? Das sind tausend Tonnen. T CO2-Äquivalent, ja? Ja. Tausend Tonnen. Nee, Tonnen CO2-Äquivalent. Sind das nur 40 Tonnen? Das ist ja ganz schön wenig. Okay, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass, ja, wobei, wenn, also wenn du halt über so und so viel Kilogramm oder 100 Kilogramm, nee, 110 Gramm pro Kilometer, das heißt, du hast so, Ja, okay, stimmt schon. Ja, kommt hin. Okay, also du hast auf jeden Fall im Durchschnitt so irgendwas knapp über 40 Tonnen, die du mit deinem Verbrenner insgesamt an CO2-Äquivalenten emittierst. Also nicht nur von der Verbrennung, sondern eben auch Herstellung des Autos und so weiter und so fort. Die Herstellung des Autos ist hier relativ wenig davon, also ungefähr, ja, wie viel wird das sein? Sechs. Ein Sechstel? Ja? Also der grüne Balken sind sechs Tonnen. Sechs Tonnen, okay, ja, gut. Und insgesamt auf 40, also könnt ihr euch ungefähr den Anteil vorstellen. Bei einem Elektroauto gibt es jetzt hier zwei Fälle. Einmal den normal angenommenen Case und dann haben die hier nochmal den Case, den High Greenhouse Gas Minerals Case gerechnet. Da haben sie einfach das Ganze mal zwei genommen, weil sie gesagt haben, wir rechnen das jetzt mal richtig passiv. Wir gucken, selbst wenn wir uns um 100 Prozent verschätzen würden, was würde dabei rauskommen, ja? Und haben dann eben hier das angenommen. Und da sieht man, dass für die Herstellung des Autos, also Vehicle Manufacturing, der grüne Balken, ist ungefähr gleich hoch wie bei den Verbrennern. Dann haben wir hier nochmal, ja, für das Thema der Förderung der Batteriematerialien ein paar Tonnen oder ein bisschen was. Und dann haben wir hier nochmal für den Zusammenbau und die Fertigung der Batterien Emission und dann halt in dem Lebenszyklus für den verwendeten Strom hier auch nochmal Emission. Und wir haben hier einen relativ hohen Fehlerbalken, der hier eingezeichnet wurde. Denn, wie wir das vorhin gesagt haben, es kommt halt sehr stark darauf an, welche Annahmen man trifft, ja? Und dann sieht man hier, der Fehlerbalken ist im Best Case, sowohl beim Base Case als auch beim High Greenhouse Gas Minerals Case, ist er irgendwo bei 10 Tonnen insgesamt aufs gesamte Auto gerechnet. Und im Worst Case ist er leicht unterhalb von dem, was wir hier eben für den Verbrenner annehmen, ja? Man sieht hier auch, wenn man sich die Daten anschaut, dass ungefähr, ja, unter 5 Tonnen, um die 5 Tonnen an CO2-Emissionen für das Lithium aufgewendet würden. Für den Zusammenbau ist dann nochmal ein bisschen was draufgekommen. Aber das ist dann eher nicht so viel. Vielleicht nochmal 2 Tonnen, eine Tonne, sowas, ja? Wir sehen hier, dass im Worst Case, selbst im schlechtesten angenommenen Fall, ist Elektro immer noch besser als Verbrenner, ja? Auf alles geblickt, auf den gesamten Lebenszyklus geblickt. Und im besten Fall und auch in den mittleren Fällen ist es auf jeden Fall besser, ja? Dann sind wir irgendwo bei um die 20 Tonnen im Vergleich zu über 40 Tonnen beim Verbrenner. Da muss man einfach sagen, dieses Rennen haben die Verbrenner ganz klar verloren, außer man bescheißt halt natürlich an allen möglichen Ecken und Enden. Und ich nenne das wirklich Beschiss, auch wenn jetzt natürlich viele wiederum sagen, ja, ist es nicht. Aber klar, ich weiß, dass ich damit ein paar großen Institutionen auf die Füße trete, aber das mache ich im Detail dann auch mit gutem Wissen. Das Interessante aus meiner Sicht ist aber, dass Elektromobilität uns nicht helfen wird, schnell genug, um bis 2050 ansatzweise klimaneutral zu werden. Wenn du dir das durchrechnest und du dir anschaust, selbst wenn wir jetzt die ganze Welt mit Elektroautos durchpflastern würden und Verbrenner ersetzen würden, denn übliche Verbrenner Lebensdauer sind 10, 15, 20 Jahre teilweise, bis so ein Ding mal verschrottet wird und du hast jetzt ja auch die Anfangsemissionen und selbst wenn du diese Produktionsanfangsemissionen nimmst, die nur gering und höher sind am Benzin und über die Lebenszeit auch, egal wie du es rechnest, hinten und vorne, stellst du fest, dass es einfach bescheuert ist, eine 2 Tonnen Blechkiste durch die Gegend zu bewegen, um 80 Kilogramm von A nach B zu bewegen. Das ergibt einfach hinten und vorne keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt zwischen einem Lastenfahrrad, einem E-Fahrrad oder einem E-Auto oder einem Benziner, dann versucht, so viel wie möglich in der Mikromobilität zu bleiben. Selbst ein Scooter ist noch in CO2 ärmer als jedes Auto, was sie durch die Gegend bewegt. Weil du einfach super viel Material mit rumfährst, sonst was nicht sein müsste. Ja, hast du voll und ganz recht. Genau. Also da, ich glaube, da glauben viele noch, dass wir mit E-Autos alles lösen, aber das wird auch nicht reichen. Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch in Gesundheitsaspekten, aber da wird noch, da werden noch andere Änderungen passieren müssen. Ja und also man muss auch dazu sagen, was du jetzt gesagt hast, bis 2050, ich nehme mal an, du beziehst dich jetzt hier auf dieses Übereinkommen von Paris mit dem 1,5 Grad Ziel, oder? Ja. Ja, da muss man ja auch dazusehen, dass das Ganze halt auch seine Probleme hat, weil das 1,5 Grad Ziel ist ja jetzt nicht Gott gegeben und wenn wir das erfüllen, dann ist das Klima gerettet und alles wird wunderbar und geht weiter wie bisher, sondern das ist ja auch schon, also das 2 Grad Ziel und das 1,5 Grad Ziel, das sind ja eigentlich so Grenzen, die man einhalten möchte, weil danach halt das Ganze nicht mehr von uns in irgendeiner Form auffangbar ist, wenn wir über 2 Grad gehen, dann gibt es da einfach Kipppunkte, die mit fast 100% Wahrscheinlichkeit erreicht werden, die halt ekelhaft sind, also auftauernder Permafrostbrüden, abtauen von den Polkappen und so weiter und so fort, die dann auch einen Prozess in Gang setzen, also vermutlich, weil wir wissen es ja noch nicht, wir sind ja noch nicht da, aber so was, was ich gelesen habe an wissenschaftlichen Studien dazu, sind das dann einfach Effekte, die wir nicht mehr eingefangen bekommen oder nur noch sehr, sehr schwer eingefangen bekommen und sich dann dort die Klimaentwicklung einfach verschlechtert, also der Temperaturanstieg insgesamt einfach nicht mehr vom Menschen aufzufangen ist und deswegen sind das eigentlich so die Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten und das 1,5 Grad Ziel hat man dann irgendwann definiert, weil man gesagt hat, wir wollen irgendwie 0,5 Grad Puffer haben, weil halt 2 Grad anzupeilen ist halt schon sehr, sehr knapp und auch beim 1,5 Grad Ziel haben wir halt eine Zweidrittel Wahrscheinlichkeit, dass wir keine oder nur wenige schwerere Folgen haben, was halt auch schon ja einfach, also im Casino würde ich da nicht drauf wetten, sage ich dir ganz ehrlich und wir wetten halt mit unserer gesamten Spezies gerade da drauf und halten ja dieses 1,5 Grad nicht mal in Deutschland ein, weil wir halt einfach den letzten Jahren Aber wir haben doch bald eine Mars-Kolonie, Martin. Ja genau, ich verstehe das auch, wenn ich Elon Musk wäre und so viel Geld hätte, würde ich mich auch drum kümmern, möglichst schnell von dem Planeten runter zu kommen, klar, also kann man so sehen, aber, nochmal dahingestellt, ich glaube es wird besser, also ich meine, wenn ich vergleiche mit vor 5 Jahren, wo sich noch niemand irgendwie ernsthaft ums Klima bemüht hat, ich meine mit Kyoto und was wir davor hatten, das war mehr Feigenblatt, jetzt wird es weniger Feigenblatt und ich meine das Wichtige da zu verstehen, glaube ich, ist immer die Politik erarbeitet auch, wie du selbst vorher auch angemerkt hast, sie sollte nicht jetzt irgendwelche Wetten eingehen, dass Technologien kommen, aber die Modelle, die sie im Moment nutzen für Technologien und für Kosten und für die Beratung, wenn man sich anschaut, dass sie häufig aus der Petro-Ecke kommt, sind einfach so ultra konservativ, dass sie nicht mal mehr konservativ sind, sondern unglaubwürdig, also wenn ich seit 10 Jahren sehe, dass jedes Jahr Solarzellenpreise massiv sinken und es vorhersagbar ist und auch jetzt nicht direkt absehbar ist, warum es nicht mehr so sein sollte und dann annimmst, dass jetzt auf einmal alle Preisverfälle auf einmal aufhören in Solar und Wind und Batterien und alles gleich bleibt, das sind auch nicht unbedingt realistische Modelle, von daher, ich glaube, da ist man irgendwo in einem Mittelweg und die Politik gibt dann neue Ziele aus, auf der Basis gibt es Förderprogramme, gibt es Industrie, gibt es Wirtschaft, die nachkommt und dann haben wir nach fünf Jahren später neu ermöglichte Politik, damit halt auch die Gesellschaft das dann auch für glaubwürdig hält, weil der Rest der Gesellschaft ist nicht unbedingt der oder die ambitionierte Startup-Gründerinnen und Gründer, die das umsetzen wollen, sondern die wollen sehen, dass es möglich erscheint und anyway. Habe ich drei Punkte dazu und zwar Nummer eins, ich sehe nicht, dass es ein Mittelweg ist, sondern ich sehe, dass es ein sehr extremer Weg ist, der in der Wahrnehmung als Mittelweg definiert wird, weil die anderen Szenarien halt noch viel extremer sind. Beim 1,5 Grad Ziel, das wir bis 2100 erreichen wollen, da rechnen wir ja jetzt schon rein, dass wir Negativ-Emissionen haben, die wir effektiv halt in einem großen Maßstab bisher nicht haben, zumindest nicht auf technischer Ebene. Wir haben ein CO2-Budget, also Tonnenbudget, das mal definiert wurde, das sind die sogenannten Science-Based Targets und dort steht ganz genau drin, wie viel wir emittieren dürfen und da haben wir noch ungefähr sieben Jahre Zeit, bis wir dieses Budget ausgeschöpft haben. Danach ist es absolut notwendig, dass wir das, was wir danach dann emittieren, auf jeden Fall wieder zurückholen durch eben Negativ-Emissionen und Negativ-Emissionen ist nicht, ich kaufe mir irgendwo ein Zertifikat und pflanze davon Bäumchen oder irgendwelche Kochöfen, sondern diese Zertifikate, da muss man ja auch dazu sehen, der freiwillige Markt funktioniert so, dass ich mit meinem Geld Maßnahmen irgendwo sonst auf der Welt ermögliche, die CO2 einsparen, die jetzt aber nicht zwangsläufig CO2 dauerhaft binden oder aus der Atmosphäre zurückholen. Bei Bäumen kann man jetzt nochmal drüber reden, aber das ist auch nochmal so eine shady Geschichte mit dem Read, weil das dann meistens auch nur für so sieben oder acht Jahre ist, hast ja auch wieder dann Brand mit dabei, da gibt es ganz viele Standards und sowas, habe ich mich auch mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Kann ich auch vielleicht dann auch bald nochmal was dazu sagen, weil ich da in der Arbeit nochmal an manchen Stellen damit zu tun habe. Ja, auf jeden Fall, was ich hier als für mich sehr beängstigend wahrnehme, ist, wir wetten aktuell mit unserem aktuellen Case, mit dem 1,5-Grad-Ziel schon auf Dinge und nicht mehr das erreichen wir ja. Nicht mehr das ist aktuell im Plan, dass wir es erreichen und das finde ich schon beängstigend. Und wie du gesagt hast, ja, wir müssten EV viel schneller umsetzen, dann hätten wir mal einen Teil, aber das alleine macht es nicht. Dann müssten wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, aber das allein bringt es ja auch noch nicht und dann hätten wir noch ganz viele, also wir haben super viele Sachen, die wir eigentlich machen müssten und es wird halt auf einfach so vielen Ebenen gerade gebremst, dass ich da einfach, ich sehe schwarz, das sage ich dir ganz ehrlich und dann geht ja der nächste Punkt los. Ich habe ja meinen Ressourcen und Rohstofffokus und sehe da einfach, dass die Internationale Energieagentur hat mal durchgerechnet, wie viele Rohstoffe wir denn brauchen. Das habe ich ja vorhin gesagt, für 40-Fachung vom Lithiumabbau. Wir haben aber auch beim Kupferabbau und verschiedenen anderen Technologien, die halt wichtig sind für erneuerbare Energien, haben wir halt so einen Rohstoffhunger und was machen wir? Wir pumpen das erstmal in Anführungsstrichen Brückentechnologien wie Erdgas und Atom, ja. So ein Atommeiler, bis der an den Start geht und man einen Effekt hat, ja. Und vor allen Dingen bei einem Atommeiler ist ja genau das Gleiche, was wir den EVs vorwerfen. Die Hauptemissionen bei dem Ding fallen beim Bau an. Ja, und vielleicht noch bei der Entsorgung. Aber die Hauptemissionen sind beim Bau und bei der Inbetriebnahme und danach für den Uranerbau. Okay. Aber, weißt du, wir treten jetzt nochmal richtig aufs Gas, fördern eine Technologie, die wir eigentlich abschalten wollten. Also bei Fördern, warum ich mich jetzt gerade außer Aufrege, das hat mit der EU-Taxonomie zu tun, weil halt irgendwie unsere Politik auf Europaebene auf die Idee gekommen ist, hey, wir nehmen mal alles, was die Wissenschaftler in den letzten drei Jahren ausgearbeitet haben und definiert haben und schmeißen das über Bord und packen da noch Erdgas und Atomstrom mit rein, weil wir es halt einfach aus politischen Gründen fördern wollen. Obwohl das aus wirtschaftlichen und aus rational wissenschaftlichen Gründen keinerlei Sinn macht, packen wir das da rein und argumentieren mal, ja, ja, das ist jetzt einfach auch nachhaltig, ja. Deswegen rege ich mich gerade so darüber auf. So. Rand ist fertig. Was ich nur da noch vielleicht als Addendum geben will, ich sehe es nicht so negativ wie du, ich sehe, dass insbesondere in der Startup-Szene sehr viel in die Richtung finanziert wird, das ist für mich immer so ein wichtiger Punkt, das ist schön und gut, wenn viele Leute da was machen, aber wenn da wirklich Geld draufgeworfen wird in signifikanten Mengen, dann ist das sicherlich spannend, weil das auch ausstrahlen kann auf der einen Seite und wenn ich mir anschaue, die Geschichte, wenn ich vor zehn Jahren darüber nachdenke, wie wir über die ganze Thematik gesprochen haben, da hatte noch niemand überhaupt was von Paris gehört oder irgendein Ziel, dann kam Paris, dass jetzt das alles nicht ideal läuft. Ich will nur sagen, solange der Trend in die richtige Richtung geht, weil als wir Paris definiert hatten, da war das Szenario 8.5, also mit vier Grad Erwärmung auch noch immer noch auf dem Tisch, aber das sieht soweit schon mal einigermaßen abgeräumt aus. Das heißt, wir sind nicht bei 1,5, wir sind vielleicht auch nicht bei zwei, aber wir sind vielleicht schon irgendwo angekommen zwischen 2 und 2,5. Was ist ein definitiver Fortschritt? Wir sind aktuell bei 3. Nachdem, wen du fragst und wie du es anschaust, lass es bei 3 sein, aber zumindest haben wir vier abgeräumt und wir sind auch dabei, dass wir uns ernsthaft darum kümmern, dass wir die schlimmsten Szenarien abräumen und das ist schon ein Fortschritt. Ich muss ja, also ich will zu den guten Szenarien hin, klar, oder den am wenigsten schlimmen, aber wenn ich zumindest schon mal die Pest und Cholera abgeräumt habe und mir jetzt dann eher über eine weniger tödliche Krankheit Covid genau diskutieren muss. Mit Taglingskommentare, das weiß ich jetzt schon. Dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich glaube, es ist da wichtiger, bei diesen politischen Geschichten drauf zu schauen, wie der Trend ist. Wenn wir jetzt jedes Jahr quasi immer schlimmere Szenarien noch auf einmal mit inkludieren müssten, dann würden wir uns in die falsche Richtung bewegen. Und ich glaube, dass sobald wir da auch wirtschaftlich zeigen, dass es einfach günstig ist, zu verwenden mit Speichern, dann wirst du eine klassische Adoption-Curve kommen und dann wird das nicht lang dauern. Ja, das haben wir ja bei vielen Ländern. Nicht bei allen mit strategischen Interessen, aber bei vielen, die dann einfach sagen, nee, das ist, wieso soll ich da noch mehr zahlen? Ja, das ist ja gerade auch, was wir halt sehen, dass sich hier beispielsweise die die EU ja positioniert, um eben ihre bisherigen Wirtschaftszweige zu abzusichern, indem sie eben Erdgas oder Atom mit reinnehmen, das sind ja strategische politische Überlegungen, in die EU-Taxonomie in dem Fall jetzt, finde ich halt schwierig, weil das halt genau das ist, was wir eigentlich nicht brauchen und das genau das behindert, was wir eigentlich bräuchten und halt auch die Glaubwürdigkeit da aufweicht. Aber deswegen ist es wichtig und deswegen freue ich mich auch über so Gruppierungen wie hier die For Fridays Bewegung und die Extinction Rebellion Leute, wobei ich bei deren Maßnahmen manchmal so ein bisschen das kritisch finde, weil die dann doch auch nochmal extrem sind, aber auf der anderen Seite vielleicht ist auch die Zeit für extreme Maßnahmen, weiß man nicht. Insgesamt aber auf jeden Fall Druck zu machen als Öffentlichkeit und da einfach auch auf die Politik einzuwirken. Ich habe mir da gewünscht, dass die Grünen noch mehr gewählt werden, weil man da auch sehen muss, die fallen ja auch schon manchmal um, die sind jetzt auch nicht Greenpeace und haben da manchmal auch eine Kompromissbereitschaft an manchen Ecken, wo ich denke, die sollte da nicht der Fall sein, aber ist zumindest schon mal besser als die Schwarzen, die Kohleswarzen. Anyhow, will ja euch, ja doch, ich kann da politisch sein, es ist mir wurscht, dass mein Podcast kann machen, was ich will. Und von daher macht Druck, das sehe ich bei mir in der Arbeit wieder, was für euch dann auch interessant vielleicht ist. NGOs bewegen ganz schön viel und haben einen Einfluss, was man von außen, was ich vorher gar nicht gedacht hatte, aber viele Unternehmen hören massiv darauf, was die Öffentlichkeit sagt, weil sie Reputationsschäden und Reputationsrisiken befürchten, deswegen setzt euch da auch ein und macht weiter damit und vielleicht kriegen wir das Ganze ja doch noch irgendwie, vielleicht kommen wir noch mit dem blauen Auge davon, ich meine die Alternative ist ja immer die Frage, was machen wir sonst, ja, Kopf in den Sand stecken ist ja auch nur begrenzt sinnvoll. So, jetzt haben wir aber wieder einen großen, haben heute den Tag, wo wir nur Exkurse machen und die ganze Zeit über irgendwas anderes reden als Lithium, aber es darf ja auch mal sein, war ja das letzte Mal auch ganz gut angekommen, dass wir eben hier einen Exkurs nach dem anderen machen und würde vorschlagen, wir kommen mal wieder zurück zum Thema, sonst habe ich nämlich Probleme mit den Kategorien voranzugehen, ja. Ja, wir können auch überlegen, ob wir diesen Exkurs als Kurzfolge rausschneiden. Können wir mal gucken, ja, ich schaue mir das mal im Schnitt danach dann an und dann, liebe Hörerinnen und Hörer und Hörende, ihr werdet es dann wissen, wie wir uns entschieden haben. Ja, zum Thema Lithium zurückzukommen, wir haben jetzt sehr viel über Batterien, Akkus und Elektrovehikel gesprochen, was man aber nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass Lithium auch in anderen Bereichen eingesetzt wird. Und zwar habe ich jetzt hier eine Darstellung von der USGS, also der United States Geological Survey, genau. Die haben mal angeschaut, wie viel wird denn Lithium in welchen Bereichen genutzt und da waren Batterien damals, 2017, nur mit 39% drin, also nur in Anführungsstrichen. Aber was mich dann doch überrascht hat, weil normalerweise, wenn man über Lithium redet, dann denkt man immer so, dass 90% davon irgendwo in den Bereich Batterien, Akku reinläuft, was vielleicht auch zukünftig mal der Fall ist. Aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, unter anderem den großen Bereich mit 30% in der Glas- und Keramikherstellung oder aber die Schmiermittelherstellung oder Schmiermittelverwendung mit 8%, Strangguss, also alles, was in die Richtung Metallverarbeitung dann auch nochmal angeht, mit 5%, Polymerherstellung mit 5%, Klimaanlagen mit 3%, wobei ich keinerlei Ahnung habe, wofür Lithium in Klimaanlagen eingesetzt wird, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann gibt es nochmal den Teil von Sonstiges mit 10%. Im Schmiermittelbereich ist auch die älteste oder eine der ältesten Einsatzzwecke für Lithium und zwar wurde im Zweiten Weltkrieg das erste Mal größerer Einsatz von Schmiermitteln mit Lithiumanteil nötig, denn man hat hier dann angefangen in der Luftfahrt Flugzeuge zu bauen, die einfach höhere Temperaturen haben. Unter anderem dann eben auch die ersten Jet-Triebwerke und eben hier auch Triebwerke, die einfach höhere Temperaturen haben, weil dann kann man halt einfach schneller und besser damit fliegen und die damaligen Schmiermittel hatten das Problem, naja, ab einer gewissen Temperatur fangen die an zu rauchen oder zersetzen sich und funktionieren nicht mehr und wenn man da Schmiermittel mit Lithiumanteil hat, dann sind die einfach hier ein bisschen temperaturresistenter. Davor hat man Lithium eigentlich nur im Labor eingesetzt für verschiedene Prozesse und da war es eigentlich relativ unwichtig. Das war dann der erste größere Einsatz davon. Später dann eben in dem Atomprogramm, der Amerikaner wurde das eingesetzt, um eben das Tritium daraus zu gewinnen und an dieser Stelle muss ich muss ich wirklich einem unserer Hörer danken und zwar haben wir hier einen Kommentar zurückbekommen von einem Hörer, ich glaube sogar ein Hörer der ersten Stunde, der hat nämlich hier mir eine Antwort geschickt auf die Frage, wie kann denn aus Lithium eigentlich Tritium gewonnen werden. Hast du es mittlerweile rausgefunden? Ich habe den Kommentar gesehen. Ja gut, ich versuche den Kommentar jetzt nebenher nochmal rauszufinden und zwar ist das der Schreini, der uns auf Twitter geschrieben hat, die Erklärung war jetzt nicht ausführlich, aber ausreichend und zwar hatten wir das letzte Mal darüber gesprochen, da hatte ich ja gesagt, ja Lithium wird zu Tritium und dann hat sie mich gefragt, ja hä, wie funktioniert das denn? Und da war ich so, keine Ahnung, jetzt wissen wir es und zwar wird Tritium aus Lithium gewonnen durch einen Prozess, der sich Nitrin Capture High nennt, das ist eine Kernreaktion oder ein Kernreaktionsprozess, dabei wird ein ja instabiles Lithiumisotop, das durch ja Alpha Zerfall dann in Tritium umgewandelt wird, erzeugt und da gibt es dann eben spezielle Reaktionen und Reaktoren dafür, ich packe hier glaube ich mal das Bild von welcher Hip Laser ist die Quelle, ich packe die Quelle auch mal hier in die Show Notes rein, wer sich da nochmal dafür interessiert, der kann sich das dann auch anschauen, ja, fand ich aber sehr interessant, wie aus Lithium dann Tritium gewonnen werden kann und fand das auch sehr schön, dass wir hier einen Hörerkommentar dazu hatten. Ja, vielen Dank an der Stelle genau, für diese Aufklärung. das Thema Batterien und Akkus hatten wir ja schon öfters mal, dass die Nachfrage da irgendwie um das 18- bis 20-fache steigen wird, zumindest für die Lithium-Nickel-Cobalt-Manganoxid dominierten Batterien, für die Kobalt-basierten, also für Kobalt wird die Nachfrage wahrscheinlich um 17- bis 19-Prozent steigen, für Nickel um 28- bis 31-Prozent, die meisten anderen Materialien bis 15- bis 20- Faktor 15- bis 20- 28- bis 31, aber das sind jetzt auch Quellen, die kann ich da mal noch dazuschreiben. Wir sehen hier jetzt heute schon auch eben diese, was wir oben auch erwähnt hatten, drastische Ausweitung der Lieferketten, wo man eben auch mehr Entdeckung, Exploration und Prospektion und auch Erschließung anstoßen muss, um das Ganze eben auf einen Weg zu 1,5 Grad zu bringen. Was wir bisher noch nicht drüber gesprochen haben, ist das Recycling, da kommen wir später aber auch nochmal darauf zurück oder den Second Use von solchen Akkus, kommen wir aber auch nochmal später dazu. Wir haben ja über Akkus auch schon viel gesprochen. Wo Lithium auch noch eingesetzt wird und wo es vielleicht dem einen oder anderen auch noch bekannt ist, ist als Medikament. Weil wenn man Lithium bei YouTube eingibt, war zumindest das, was ich dort gefunden habe, auch sehr viel über Lithium als Einsatz als Medikament. Und das fand ich eine sehr interessante Geschichte auch und die möchte ich dir jetzt nochmal ganz kurz erzählen. Und zwar 1850 wurde Lithium eigentlich als Medikament gegen Gicht erprobt oder wollte man dafür einführen, hat dann aber gemerkt, das wirkt nicht, ist unwirksam. Und dann hat man 100 Jahre später, also 1949, Lithium nochmal ausgepackt und hat erste Tests mit Meerschweinchen gemacht. Und zwar wollte man hier die Meerschweinchen damit eben ruhigstellen, hat er sich zu Gedanken drüber gemacht, ja, könnte ja irgendwie Auswirkungen haben, dass Lithium dann hier auch gegen verschiedene neurologische oder psychische Erkrankungen hilft. Und man hat tatsächlich gemerkt, dass wenn man den Meerschweinchen Lithium gibt, dann werden die ruhiger, aber sie werden nicht müde, ja, also sie werden einfach beruhigt, dass sie rennen nicht mehr so rum, aber sie sind nicht müde. Man hat das 1949 entdeckt und da erste Tests dazu gemacht, 1952 gab es dann einen Selbstversuch von Lithium Karbonat als Medikament, hat ein Forscher eingenommen, um eben die Möglichkeit zu untersuchen, ob man das als Antidepressivum einsetzen kann. Das wird es übrigens auch heute noch. nicht vorweg greifen, 1952 bis 1954 hat er sehr gute Ergebnisse. Was hier ganz lustig ist, ist, dass diese Versuche von 1949 man später herausgefunden hat, das war nicht die Wirkung von Lithium gegen irgendwelche Depressionen oder irgendwas, sondern die Meerschweinchen haben sich ruhiger verhalten, weil die einfach krasse Vergiftungserscheinungen aufgewiesen haben. Also die Meerschweinchen hatten hier nicht den Fall, dass das Medikament gewirkt hätte, sondern die waren einfach nur vergiftet und haben sich deswegen ruhiger verhalten und waren aber nicht müde. Das hat man aber erst später entdeckt und trotzdem gab es hier eben einen Forscher, der dann mal gesagt hat, bei Meerschweinchen funktioniert das, ich hau mir das jetzt auch mal in den Arm. War so ein bisschen Glück im Unglück oder Glück im Glück eigentlich eher sogar und zwar wurde dadurch dann entdeckt, dass man das Ganze eben bei manisch-depressiven Patienten einsetzen kann. Danach gab es dann auch eine Doppelblindstudie und das war dann der Beginn der sogenannten Lithium-Therapie. 1990, also ein paar Jährchen später, gab es dann hier auch Studien in den USA, wir hatten ja vorhin gesagt, Lithium kommt auch im Trinkwasser vor oder im Grundwasser vor, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf den Körper und zwar kann man das nicht nur rausgewinnen für irgendwelche Elektroakkus oder sowas, sondern man hat dort dann einfach Regionen, also in den USA hat man das damals entdeckt oder untersucht in Studien und zwar gibt es ja Regionen, in denen ist mehr Lithium im Grundwasser und es gibt Regionen, da ist weniger drin. Das hat man eben gesehen, so in Regionen, die eine höhere Lithium-Konzentration im Trinkwasser haben, sinkt auf einmal die Zahl von Straftaten und Suiziden. Warum ist das bloß der Fall? So, ja, wenn man jetzt ein Medikament hat, das gegen manisch-depressive Patienten wirkt und einfach bei Depressionen eingesetzt wird und man verpasst der gesamten Bevölkerung ja, doch ein bisschen Lithium übers Trinkwasser, welch ein Wunder, dass auf einmal das Auswirkungen hat, dass die Straftaten runtergehen und die Suizide sinken, wenn die Leute weniger depressiv sind als vorher. Aber das ist jetzt natürlich eine Hypothese. Wobei ich da auch vorsichtig wäre, weil man auch in den USA gesehen hat, dass es eine sehr starke Korrelation gab zwischen der Einführung von gebleitem Benzin und der Kriminalitätsrate und einem sukzessiven Abfall der Kriminalitätsrate, unabhängig davon, ob du jetzt Hard-on-Crime oder Easy-on-Crime etc. bist und einem sinkenden Anteil von Blei bis der Abschaffung von verbleitem Benzin. Also dieser Zusammenhang, also man muss da ja immer unterscheiden zwischen Korrelation und Kausalität. Bei verbleitem Benzin ist eine Kausalität mittlerweile nachgewiesen worden. Also Bleiemission, also weil du verbrennst das ja, packst das in die Umluft, dann nimmst du das auf, wenn du einatmest. Dort hat man mittlerweile herausgefunden, dass Bleikonzentration im Blut der Patienten und insgesamt in organischer oder der Menschen oder in den Organen der Menschen zurückgegangen sind die Konzentrationen davon und das eben ein kausaler Zusammenhang zwischen Aufnahmen von Blei und Bereitschaft zur Aggressivität nachgewiesen wurde. Also da, ich weiß jetzt nicht, die Studie kann natürlich auch falsch sein, aber da sehe ich schon, dass es eine Kausalität hat und das ist nicht nur in Amerika so gewesen, sondern das konnte man auch in anderen Gebieten der Welt nachweisen und da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch oder einen sehr guten Podcast auch von einem Journalisten, glaube ich, ist das Freakonomics. Der betrachtet das auch, weil er sich eben auch mit diesem Thema Korrelation und Kausalität auseinandersetzt. Aber klar, hier kann es auch nur eine Korrelation sein und keine Kausalität. Ja. Wer jetzt auf die Idee kommt, hey, ja, Lithium ist geil, dann werde ich weniger depressiv. Nein, bitte, 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 leckt nicht an euren Lithium-Akkus. Ganz dumme Idee, auf gar keinen Fall machen, denn einmal ist es immer eine dumme Idee, an irgendwelchen Elektrobauteilen zu lecken und auf der anderen Seite... Vor allen Dingen, weil Lithium-Ionen-Akkus mit Wasser in die Luft fliegen würden. Richtig, ja. Und es ist auch so, dass zu hohe Konzentrationen von Lithium unter Umständen einfach lebensgefährlich sein können. Denkt an die Meerschweinchen, die waren damals auch vergiftet. Deswegen, auch wenn ihr eine Lithium-Therapie macht, gibt es hier normalerweise ein klares Monitoring und das ist auch erforderlich, um einfach hier die Konzentrationen zu überwachen und einfach zu gucken, dass ihr richtig eingestellt seid. Was man da auch dazu wissen muss, die Wirkungsweise von Lithium als Psychopharmakon ist noch nicht so ganz verstanden. Also man weiß, dass es irgendwie wirkt, aber wie es wirkt, hat man glaube ich noch nicht so genau rausgefunden. Man versucht hier aber, soweit ich weiß, das so zu fahren, dass man so viel Lithium wie nötig gibt, aber so wenig wie möglich, einfach um hier die potenzielle Belastung auch gering zu halten. Es gibt, also 2011 war das eine Studie, aber weiß ich jetzt auch wieder nicht, inwieweit die jetzt vertrauenswürdig ist, gab es nochmal eine Studie zum möglichen Zusammenhang zwischen dem Gehalt von Lithium in der Umwelt und höherer Lebenserwartung. Ja, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das jetzt auch da zusammenhängt. Klar, wenn du halt weniger Straftaten machst und weniger Suizide hast und weniger Depressionen hast, dann geht halt die Lebenserwartung hoch. Aber ja, sei mal dahingestellt, aber fand ich interessant auf jeden Fall, dass es da auch immer noch Forschung dazu gibt, die sich hier Dinge anschaut. Ja, zum Thema Akku, wir packen euch hier mal noch ein paar Links rein, aber wir haben da, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Gibt es so eine Roadmap vom Fraunhofer Easy, also ISI, die sich da mal angeschaut haben, wie denn hier potenziell die Entwicklung bis 2030 sein könnten. Kann man mal reinschauen, ist ganz interessant. Was aber vielleicht für euch interessant ist, wie funktioniert denn so ein Lithium-Ion-Akku? Und wir versuchen das mal auf der Tonspur. Das ist natürlich immer herausfordernd, sowas zu machen. Wir können da auch einfach mal bei Google eingeben, da gibt es ganz viele so Schaubilder dazu. Nur wir versuchen das jetzt einfach mal uns anzuschauen, wie funktioniert denn ein Akku im Allgemeinen? Eine Akkuzelle besteht meistens aus einer Katiode, einer Aniode und dazwischen ist dann ein Elektrolyt, meistens mit einer Membran in der Mitte und im Grunde funktioniert ein Akku so, dass du einen Transport von Ladungsträgern hast und bei einem geladenen Akku hast du eben auf der einen Seite einen Überschuss an positiven Ladungsträgern, auf der anderen Seite von negativen Ladungsträgern und wenn du hier jetzt eine Membran dazwischen hast, die diesen Ladungsaustausch nicht ermöglicht, dann kannst du, wenn du hier einen Draht verhindert, ja, oder verhindert, genau, dann kannst du hier eben diesen Ladungsaustausch, also dieses Ausgleichen dieser Unterschiede durch einen Stromleiter ermöglichen und kannst damit dann an einem, ja zum Beispiel einer Glühbirne oder irgendwas anderem, was du anschließend im Elektromotor oder sowas, kannst du durch diesen, diese Spannung, diesen Ladungsunterschied, den nennt man auch Spannung, kannst du dann eben Arbeit verrichten lassen, ja. Diese negativen und polizitiven Elektroden und diese... Also du brauchst... Du brauchst die Membran so, dass sie nur einen bestimmten Typus an Ionen... Genau. Also dass sie semipermeabel ist, wie das in der Fachsprache heißt, dass sie eben nur manche Dinge hindurch lässt und manche aber nicht, sodass die Elektronen, die den Strom dann darstellen in diesem vereinfachten Bild, dass die gezwungen sind, einmal außenrum über den Stromkreis, da wo wir dann unser Gerät anschließen, durchzuwandern, während in der Zelle selbst das Ion dann quasi den kurzen Weg nimmt. Also das nennt man auch Separator, die sind eben für diese Lithium-Ionen durchlässig, wie du das gesagt hast und trennen die beiden Elektroden und die beiden Bereiche. Die Elektroden sind meistens Metall-Elektroden mit verschiedenen, ja, darauf an, welche du die anschaust, aber du hast jetzt hier bei einem Lithium-Ionen-Akku zum Beispiel Metall-Elektroden, wo du auch Schichten aus eingelagerten Lithium-Atomen hast, das wäre in dem Fall jetzt die positive, die positive Elektrode und auf der anderen Seite hättest du in dem Fall eine Graphite-Elektrode, aber das ist kein Metall. Ja, das ist kein Metall, die ist dann negativ, ja, deswegen die Metall-Elektrode ist auf der positiven Seite, die Graphite-Elektrode auf der negativen Seite und der Separator trennt das Ganze und wie wir das gerade eben gesagt haben, wenn du hier jetzt einen Leiter anlegst, dann fließen die Elektronen eben von den beiden Elektroden beziehungsweise von der negativen Elektrode zur positiven Elektrode und verbinden sich da dann wieder mit dem Lithium-Ionen und gleichen das Ganze aus. Wenn wir so einen Akku aufladen, dann pumpen, also geben wir ja Strom rein oder Energie rein und pumpen praktisch die Elektronen von der positiven zur negativen Seite und erhöhen damit die Ungleichheit, also die Spannung und damit praktisch, das Lithium gibt gerne Elektroden ab und wird dadurch Elektronen ab und wird dadurch dann zu einem positiven Ion und wandert eben durch das Elektrolyt und durch den Separator zur negativen Seite und nimmt dort dann wieder ein Moment und lagert sich dort in der Grafittschicht ein und beim Entladen funktioniert das genau andersrum, da gibt das, also nimmt dann dort das Elektron auch wieder auf, beim Entladen funktioniert das genau andersrum, da gibt es eben einen Elektron an der negativen Seite ab, das Elektron fließt eben durch den Leiter, das dann positive Lithium-Ion wandert durch durch unser Elektrolyt und durch die Membran durch rüber zur positiven Seite, genau, zur Elektrode, nimmt dort dann auch wieder das Elektron an, das durch den Leiter geflossen ist und ja, genau und gleich dann dort eben auch wieder die auf der auf der positiven Elektrode wartenden Elektronen nimmt es eben auf und gleicht das dann dadurch wieder aus. Genau, und das Spannende bei diesen Akkus ist halt auf der anderen Seite, also da, wo das Grafit in der Regel ist, muss ich möglichst viel Lithium in irgendeiner Form speichern können und das muss ich so machen können, auch dass mir das Ding sich irgendwie mechanisch extrem aufwölbt oder so und je mehr Lithium ich dort speichern kann, umso mehr Energie kann ich speichern am Ende des Tages. Klar, ja, genau. Jetzt auch ein gutes YouTube-Video dazu, pack mal hier auch mal in die Show-Notes rein, kann ich auch noch mal reingucken. Vielleicht so ein bisschen um eine Vergleichbarkeit herzustellen, Benzin besitzt eine Energiedichte auf den Liter gesehen von ungefähr 9000 Wattstunden, also hätte man da eine Energiedichte von 0,72 bis 0,78 Kilogramm pro Liter, eine Dichte, also so schwer ist das dann pro Liter, wenn wir jetzt einen, weil Benzin wird ja in Litern gemessen, wenn wir jetzt einen 50-Liter-Tank haben, dann haben wir da ungefähr 450.000 Kilowattstunden an Energie. 450 Kilowattstunden? Genau, ja, ja, stimmt. Ja, klar, ist natürlich einfacher, ja, und ungefähr irgendwas um die 39 Kilogramm Gewicht, also Benzin ist ein bisschen leichter als Wasser, ja, deswegen schwimmt sie auch oben und wenn wir das Ganze jetzt mal uns anders anschauen, also wenn wir jetzt so ein Lithium-Eisen- Phosphat-Oxid-Akku anschauen oder Lithium-Eisen- Phosphor-Oxid-4, da würden wir, was, wie bitte? Lithium-Nickel-Phosphat würde ich mal schätzen, ist das dann? Lithium-Eisen-Phosphat müsste das eigentlich sein? Ah, nee, hier hinten haben wir dann auch mal ein Lithium. Ja, hast du recht, ich habe da nur einen Absatz vergessen und zwar, wenn wir hier eine, also da haben wir eine Energiedichte bei Lithium-Eisen-Phosphat und Lithium-Nickel-Phosphat, bei Lithium-Eisen-Phosphat von 555 Wattstunden pro Kilogramm, bei Lithium-Nickel- Phosphat-Oxid haben wir eine von 870 Wattstunden, um eben hier diese 39 Kilogramm Benzin zu ersetzen, müssten wir dementsprechend dann in einem Fall 810 Kilogramm an Akku mit rumfahren und in einem anderen Fall 517 Kilogramm an Akku, also doch bedeutend mehr, aber da muss man auch wieder dazusehen, dass es natürlich auch alles nochmal nur die Energiedichte in dem Fall jetzt ist, ja, man hat ja nochmal auch Verluste, wenn man eine 20 Mal höhere Energiedichte, also da muss man sich mal bewusst machen, wie in unseren Computer Nerds, würde man sagen, wie immer eigentlich chemische Kraftstoffe sind, also das ist eine unglaublich hohe Energiedichte, die gut handhabbar ist, die transportabel ist, das sind, also wir haben als Menschheit irgendwie echt Schwein gehabt, dass wir die Dinger gefunden haben, weil da ist so unglaublich viel Energie drin, das ist Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Bei Bleiakku sieht das Ganze dann nochmal ein bisschen nochmal verrückter aus, ich glaube, da bräuchte man jetzt in Liter gesehen 7.860 Liter an Bleiakku, um eben diese 50 Liter an Benzin zu ersetzen, also ja, jetzt muss man aber natürlich auch dazusehen, bei der Umwandlung von Benzin, wir verbrennen das Ding ja, das Zeug ja, das ist jetzt halt auch, ja, da muss man einfach sehen, da hat man unterschiedliche Effizienzen und Ineffizienzen, aber wir sehen nicht ohne Grund haben wir damals auf den Verbrenner gesetzt, auch wenn das Elektroauto ja eigentlich früher entdeckt wurde, aber damit hast du einfach erstmal eine Reichweite gehabt in der Vergangenheit. Ja, weil die Batterietechnologie halt Anfang des 20. Jahrhunderts nicht da war. Genau, und dann halt auch einfach begrenzt nur weiterentwickelt wurde, aber ja, heute sind wir ja an dem Punkt, dass wir halt auch sagen, ganz ehrlich, wie oft brauche ich denn diese krasse Reichweite, die ich durch die Benzintechnologie habe, wenn ich mit meinem Auto in der Stadt rumfahre und überall Steckdosen habe oder Ladesäulen hätte, dann brauche ich das ja nicht mehr. Und für die weiten Strecken kann ich ja dann mit einem Auto mieten oder sowas. Aber das ist nur meine Meinung, da hat ja jeder eine andere Meinung, unter anderem auch meine Mutter eine andere Meinung, mit der ich da immer schöne Diskussionen habe. Das ist die akustische Form eines Sub-Tweets. Nee, nee, das ist schon, ich verstehe das ja auch, also ich verstehe ja auch die Leute, warum sie da Reichweitenangst haben oder sowas. Es ist auch nicht überall einfach und dann hast du in München nicht unbedingt eine Ladesäule und dann darfst du eigentlich ewig stehen und da muss noch was passieren. Auf jeden Fall. Ich packe hier mal noch ein paar Bilder und ein paar Schaubilder rein und eben Tabellen, wo dann auch mal die Energiedichte eben gezeigt wird von Batterien im Vergleich zu Benzin, zu Wasserstoff, zu Kernspaltung oder Kernfusion, denn Kernspaltung hat halt nochmal ein bisschen mehr Energiedichte, was ich dann ganz witzig fand, das mal so ein bisschen zu vergleichen. Sind dann auch nochmal Vergleichsbilder drin, wie viel denn an Batterien zum Benzinersatz da wären oder wie das dann ausschaut und da wird dann auch nochmal in einem Schaubild die Funktion eines Akkus eben gezeigt, wo wandert was hin. Das ist ein bisschen komplexer, aber da habt ihr dann auch eben nochmal so ein Diagramm, wo ihr dann das Potenzial seht im Vergleich zu eben den verschiedenen Prozessen und ja, seht das hier mal. Von den Elektrovehikeln, die unterwegs sind, es wird ja viel darüber geredet trotzdem, also wir hatten ja mal den Holy Cow Zyklus am Anfang erwähnt, ja, der ja bedeutet, dass am Anfang das Ganze überschätzt wird, dass wir denken so, ja, wir sind ja viel weiter als wir sind und irgendwann dreht sich das Ganze um. Es gab jetzt mal so Zahlen, die ich gefunden hatte von, wir haben aktuell eine Durchdringung im EV-Markt von 3% bis 2025 sind 10% erwartet. Diese Zahl ist aber mit, wie bitte? Neuzulassungen in 2021, weiß nicht, ob du noch drauf eingehst, war massiv. Ja. War eine Verdopplung im Vergleich zu 2020. Wir hatten im letzten Jahr, ob das eine sinnvolle Subsumierung ist, eine andere Frage, aber die Kombination aus Plug-in, Hybrid und EV-Vehikel waren 25% aller Neuzulassungen in Deutschland letztes Jahr. Okay, das ist massiv, denn 2020 waren es, also nicht die Neuzulassungen, aber insgesamt waren es 10,5%, die da unterwegs waren, 5,3% davon Battery-only, der Rest waren eben diese Plug-in-Hybride, wo man ja drüber reden kann, ob die sinnvoll sind oder nicht. Ich kenne ein paar Leute, die so ein Plug-in-Hybrid haben, habe mit denen auch mal gesprochen und da haben die gesagt, so, naja, wissen Sie, wir verbrauchen das Benzin nur, weil man den einmal im Monat laufen lassen soll, das Aggregat, ansonsten tanken wir das nur noch mit Strom, denke ich mir, so hättest du dir auch den Plug-in sparen können, aber, naja, man kriegt die Förderung dafür und ist ja auch ganz hilfreich, um diese Reichheitenangst zu bekämpfen, wenn ich halt doch irgendwie im Notfall tanken könnte, wenn ich es dann müsste und bei manchen ist das ja vielleicht sogar sinnvoll. Wir hatten jetzt vorhin auch noch Quelle gerade eingefügt, 13,6% Neuzulassungen, Zuwachs von plus 83%, wir haben insgesamt 10% weniger Autos versus 2020 gehabt und 12,4% jetzt Plug-in-Hybride, auch 62% Zuwachs in 2022, von daher sieht ganz gut aus. So, wir waren ja eigentlich noch bei der Nutzung von Lithium, hier würde ich ganz gerne noch eben auch auf die Punkte Kernfusion und Kerntechnik eingehen, da hatten wir das Erbrüten von Tritium bereits erwähnt, also Tritium wird eben dann über das Lithium-Sex in der Reaktorhülle erzeugt und sehen hier eben, das ist das einzige Alkalimetall mit einem stabilen fermionischen Isotop und dementsprechend hat das halt auch eine Relevanz in der Forschung von ultrakalten fermionischen Quantengasen. Um ehrlich zu sein, ich habe keinerlei Ahnung, was das ist, aber es klingt einfach cool, deswegen wollte ich es hier mal reinschreiben. Ja, ich nehme an, dass es einfach, ja, in diesem kerntechnischen Bereich, Forschungsbereich eine Relevanz hat, auch wenn es wahrscheinlich da jetzt nicht so viel an die Zim ist, was da eingesetzt wird, sondern das eher kleine Mengen sind. Ich glaube, da geht es darum, um eben nah an den tatsächlichen Nullpunkt ranzukommen, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Falls irgendeiner was dazu weiß, kommt gerne mal rein, dann machen wir eine kleine Exkurs-Episode zum Thema ultrakalte fermionische Quantengase, fände ich auch interessant. Ja, anderer Einsatzzweck ist im Bereich Metalle oder auch im Bereich Legierung. Da hat man verschiedene Metallkombinationen, die dann gewonnen werden können und verwendet werden können. Meistens werden Lithiummetalle direkt aus dem Lithiumkarbonat gewonnen. Ich werde jetzt einfach mal ein paar vorlesen, falls sie euch mal über den Weg laufen, dann wisst ihr, ah, habe ich schon mal gehört. Zum Beispiel das Butyl-Lithium, das ist als starke Base im Einsatz, in der synthetischen organischen Chemie wird das eingesetzt. Dann gibt es auch noch Lithium-Wasserstoff- Verbindungen, die im Einsatz sind, zum Beispiel Lithiumhydrid, das wird auch in der Chemie eben eingesetzt. Lithium-Aluminiumhydrid wird in der organischen Chemie eingesetzt. Lithium-Amid ist eben in der organischen Chemie auch relevant und wird hier eben eingesetzt, ja, für verschiedene Prozesse. Zum Beispiel für die Reaktion direkt mit Stickstoff. Um, also da ist es halt relevant, wenn ich jetzt Stickstoff aus Gasen entfernen möchte, dann ist es ja so ein Problem. Wenn ich da jetzt eben etwas habe, was direkt mit Stickstoff reagiert und das umwandelt, dann kann ich hier meine Gase damit praktisch reinigen, ja. Oder man setzt es ein als starkes Reduktionsmittel, zum Beispiel zur Hydroierung oder Entschweflung, Desoxidation oder zur Entkohlung. Das ist dann insbesondere auch im Petro-Tech-Bereich im Einsatz, ja. Oder halt auch als Einsatz als Anode in nicht wiederaufladbaren Lithium-Batterien. Man muss da ja auch sehen, wir haben verschiedene Akku- und Batterietechnologien, die auf Lithium zurückgreifen und manche davon sind halt einfach auch nicht aufladbar, ja. Und da kann ich natürlich auch Lithium einsetzen. Wie ich es vorhin gesagt habe, in Legierung wird es auch eingesetzt. Wir hatten ja vorhin das Thema mit den Schmiermitteln. Da hat man Lithium reingebracht, um eben die Temperaturbeständigkeit zu verbessern. Bei Legierungen macht man das teilweise auch, einfach um die Temperaturbeständigkeit zu erhöhen, aber insgesamt kann man durch geschicktes Zugeben von Lithium auch die Zugfestigkeit und die Härte und die Elastizität erhöhen. Da gibt es zum Beispiel Metalle, die nennt man dann Bahnmetalle. Ja, falls halt gerne bei einem Bahnbau eingesetzt werden, ja, für die Gleitlager von Eisenbahnen, da wird es dann Lagermetall genannt werden. Ja, das sind Bleilegierungen mit einem Anteil von Lithium von ungefähr 0,04 Prozent, also nur sehr, sehr kleinem Anteil. Trotzdem ist dieses Gewürzmetall in dem Fall dann einfach relevant und wichtig, um eben hier die gewünschten Eigenschaften zu erreichen. Magnesium-Lizium-Verbindung oder Magnesium-Lizium-Legierung werden dann eingesetzt, um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern, also die Belastbarkeit da zu verbessern und weil es einfach sehr leicht ist und das ist zum Beispiel bei Werkzeugen relevant, ja, Aluminium-Lizium-Legierung im Grunde genauso. Also Magnesium-Lizium und Aluminium-Lizium-Legierung werden überall eingesetzt, wo man eben spezifische mechanische Eigenschaften haben möchte und das Ganze nicht zu schwer sein darf, also zum Beispiel auch im Flugzeugbau. Ein großer Teil ist ja, oder lange Zeit der Hauptabnehmer und immer noch ein großer Teil ist Glas- und Keramik-Herstellung. Da war ich erst mal so ein bisschen verwirrt, so dachte mir so, hm, wo wird da Lithium eingesetzt? Und habe dann einmal ein bisschen geguckt. Es gibt etwas, das nennt sich Pyrex-Glas und Pyrex-Glas ist eigentlich ein Markenname, aber es ist ähnlich wie Tempo, das wird mittlerweile da einfach auch insgesamt für diese Gläser eingesetzt. Das sind besonders hitzebeständige Gläser, die man dann zum Beispiel in Öfen braucht oder halt überall, wo du ein Glas haben willst, das aber hitzebeständig ist. Und unter anderem wird Lithium auch in TV-Bildschirmen eingesetzt, insbesondere in den Röhrenmonitoren, einfach um hier die, ja, zu TV-Bildschirmen machen wir vielleicht nochmal was extra, aber da hast du ja, du feuerst ja im Grunde mit, wenn ich es jetzt noch wüsste, sind es Elektronen auf diese Bildschirme im Röhrenmonitor? Ja, es sind Elektronen, aber Röhrenmonitore haben wir schon seit langem nicht mehr bei TV-Bildschirmen. Haben wir nicht mehr, aber da waren sie auch im großen Einsatz und das fand ich doch auch interessant, weil damals wurde dafür halt auch schon Lithium eingesetzt. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, wir machen mal Recycling von den Röhrenmonitoren, nur leider halt auch wieder in einem ganz, ganz kleinen Anteil, weswegen sich das vermutlich nicht lohnt. Ja, fand ich aber interessant trotzdem. Ja. Also auch eure Großeltern, wenn die sagen, ihr seid Lithium-Junkies, weil sie den YouTube-Spot gesehen haben von Terra-X, könnt ihr sagen, ihr seid auch Lithium-Junkies, weil eure Röhrenmonitore sind auch mit Lithium gelaufen. So, aber ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und splitten dann hier auch die Aufnahme in Teil 2 und nehmen dann später am Tag heute noch Teil 3 auf und dann ist das für euch, liebe Zuhörenden, auch etwas angenehmer, dann könnt ihr jetzt nämlich hier auch pausieren und dann euch einfach Teil 3 zu Lithium reinziehen, dann über Recycling-Substitutionen, Märkte und so weiter und so fort. Das ist wirklich in Ordnung, sehr gut. Ich habe noch eine kleine News für euch und zwar habe ich jetzt nebenher über Twitter eine Nachricht bekommen und zwar war das nicht ganz so korrekt, was wir gesagt hatten über Uran ganz am Anfang und zwar die Uran-Versorgung von Frankreich und die Uran-Versorgung der EU läuft zu 40 Prozent über Kasachstan. Also wir sind da, also das ist jetzt nicht bestätigt, das wurde mir eben geschrieben. Das scheint aber so zu sein, dass wir als EU dann vielleicht doch ein kleines Problem mit unseren AKWs haben. Ach, sind die am Ende vielleicht doch nicht so nachhaltig, wie wir immer dachten? Also nachhaltig sind sie total, aber also natürlich super, aber so geostrategisch ist die Abhängigkeit vielleicht gar nicht so doof, wenn man von der Sonne und dem Wind abhängt mehr und nicht davon, dass mir ein Land ein Mineral liefert. Ja, naja gut, da hast du halt auch die Abhängigkeit. Als Brennstoff liefert. Also erneuerbare brauchen keinen Brennstoff. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich bin unabhängiger in der Zeitskala, wann ich jetzt meinen Shit bekomme. Wenn ich da Solarzellen gebaut habe, dann liefern die auch Strom, auch wenn ich keine neuen Solarzellen geliefert bekomme. Ja, auf jeden Fall. Und ja, bei den PV-Zellen hast du halt wieder andere Probleme, wie jetzt menschenrechtliche Probleme, die irgendwo gefördert oder hergestellt werden oder das Silizium dafür hergestellt wird in Gebieten, wo dann die Uiguren unterdrückt werden oder sowas. Aber das ist ja auch nochmal, das sind halt Aspekte, die man auch betrachten muss, aber das ist ja jetzt auch Whataboutism, den ich hier betreibe. Es geht jetzt erstmal um die Energieversorgung und Energiesicherheit. Und wenn ich das halt auf Gas mache, dann ist halt, wenn hier der Mann am Bosporus oder der Mann in Moskau, ich liebe diese Begriffe, ja, so richtig schön, ja, egal, Kampfbegriffe, wenn der den Hahn zumacht, dann geht halt ein paar Tage später bei uns das Gas aus, beziehungsweise wenn man die strategischen Reserven dazu nimmt, dann eben ein paar Wochen später. Beim Uran läuft das vielleicht noch ein bisschen länger. Und ich sag dir, das nächste, was knapp ist nach Toilettenpapier, sind sind, 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 sind Decken. Decken. Ja. Ich glaube, die Gaskocher auch vorher, ja. Ja, Gaskocher bringen ja nichts, wenn du kein Gas hast, aber wenn du so eine richtig fette Decke haben willst, weil du zu Hause nicht mehr heizen kannst, was meinst du, wie schnell wir keine Decken mehr bekommen? Ja, gibt ja schon wieder auch die Vermutung, dass jetzt durch die ganzen Corona-Omikron-Gedöns die Lieferketten wieder zusammenbrechen, wo ich mir so denke, was soll denn noch zusammenbrechen? Die waren ja nicht mehr stabil, aber anyhow, auf jeden Fall hört ihr jetzt dann gleich die dritte Episode, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.